Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Sage der Flamme 2. Leiden des Lunaren Kapitel 1 Deal mit dem Teufel Dieser Ort war besonders. Das Pokémon fand sich wieder, nachdem es in Schlaf versunken war, an einem seltsamen Ort, welchen es nie zuvor erblickt hatte, ob nun wach oder im Schlaf. Kosmische Energie schien ihn zu durchstrahlen, entsprungen in den Tiefen des Seins selbst. Und inmitten dieser düsterblauen Ebene schwebte ein riesiges, pulsierendes Geflecht, beinahe wie ein Herz. Was ist dieser Ort? fragte sich das Pokémon. Doch lange sollte eine Antwort nicht ausbleiben. Aus dem Boden heraus erhob sich eine Art Thron, direkt vor dem Herzen des Ortes. Auf diesem saß ein schwarzes Wesen. Eine Gestalt, welche sich das Pokémon nie überhaupt hatte vorstellen können. Wer bist du? Kannst du mir diesen Ort erklären? fragte das Pokémon. Ich kann dir alles erklären, wenn du nur bereit bist, mich anzuhören, mein Freund. Natürlich war das Pokémon bereit hierfür. Es hatte keinen Grund, etwas anderes zu tun. Ich wusste, dass du rein bist. Nun denn, mein Freund, ich heiße dich willkommen an einem Ort, den nie zuvor jemand betreten durfte, außer mir selber. An dem Kern einer baldigen Zukunft. Langsam und bedeutend erhob sich die vierbeinige Echse und stand nun vor dem Thron. Der Körper, welchen du hier siehst, ist Omega, der Bewohner diesen Ortes. Denn dieser Ort ist das Herz von etwas Größerem. Ich, mein Freund, bin ein Weltengeist. Omegon, der Weltengeist des Sternenlichtes. Der Anfang und das Ende. Nur an diesem Ort bin ich es nicht. Denn hier, dieser Ort, ist ein Ursprung. Hier bin ich nicht einst wahr, bevor ich zum Weltengeist wurde. Und weshalb hast du mich gerufen? Warum lädst du mich an einen so besonderen Ort ein? Fragte das Pokémon den Weltengeist vor ihm. Dieser Ort, mein Freund, ist, wo Zukunft entsteht. Energie sammelt sich. Reine Lebensenergie. Und bald, bald wird hier ein neues Reich beginnen. Das Imperium Omega. Das neue Kaiserreich. Ein Reich, das alles überschattet. Und endlich ihr dir ein Licht schenkt, die durch Dunkelheit verschüttet sind. Alles? Meinst du auch meine Heimat? Fragte das Pokémon. Alles! Folgte die Bestätigung. Alles, was ich je wollte. Ist ein Reich von Ordnung und Treue. Doch die anderen Weltengeister verspotten mich dafür. Sie wollten mich strafen. Läden meine Ideale ab. Sie alle sind festgesessen in ihrer Scheindemokratie. In der Wünn über Millionen regieren. Und sich doch nie einig werden. Pokémon. Ja, Welten verstarben schon. Alleine, da die Weltengeister auf Einigkeit plädieren. Und auch die Freiheit, welche sie anstreben, jedem Pokémon zu erlauben, in jeden Weltenbaum zu reisen. Auch das bringt nur Chaos und Zerstörung. Wenn so denn eine Lage entsteht wie einst, als der ehemalige Wellengeist Groudon vor Kraft den Verstand verlor. So würden all die Pokémon ihre eigene Welt bereit sein, aufzugehen. Sich gegen alles stellen, was sie liebten. Denn Heimat war setzbar. Zugehörigkeit. Nur ein Gefühl, welches man übergehen kann. Und deswegen übergegen ich sie. Ich nahm ihre Kraft und ihre Helden. Und bald wird mein Weltenbaum alles sein, was verbleibt. Terus, Lunara, Tuntiel, Drehrund. Sie und ihre Weltenbäume werden Erinnerungen einer schändlichen Vergangenheit werden. Je mehr Omegon sprach, desto weiter zurückschritt das Pokémon unbewusst. Mehr und mehr verstehend, was für eine Art Wesen ihm hier gegenüber stand. Du bist wahnsinnig. Du willst alle Weltenbäume auslöschen, um dein eigenes Kaiserreich zu kreieren, sagte es. Ich wünschte, ich müsste es nicht. Aber sie ließen mir keine Wahl. Und dich habe ich erwähnt, mir auf meiner Reise zu helfen. Unverständnis machte sich breit, da das Pokémon gerade noch seine Abscheu gezeigt hatte. Wieso sollte es Omegon helfen? Sieh dich um, mein Freund. Spüre diesen Ort. Spüre all die Macht. Wie sie dich zerreißen könnte. Und verstehe. Es ist nicht von Bedeutung, ob du mir zustimmst oder nicht. Nur ob du verstehst, was es bedeutet. Denn, mein Freund, es ist zu spät, um mich zu stoppen. Zwar versuchen es die Wellengeister. Aber sie sind zu spät. Aber man kann nie sicher genug gehen. Deswegen, möchte ich dir ein Boden ausschlagbarentiel anbieten. Denn sage mir, was bedeutet dir deine Heimat? Seine Heimat war dem Pokémon das Wichtigste. Sie und all die Pokémon in ihr. Für sie war das Pokémon bereit, alles zu tun. Doch Omegon hatte eindeutig gezeigt, die Heimat des Pokémon lag außerhalb des Weltenbaumes des Sternenlichtes. Somit müsste sie sterben. Deine Heimat bedeutet dir alles. Wenn nicht mehr. Deswegen, da du Recht im Blut hast und da du weißt, was richtig ist. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Eine simple Aufgabe. Im Tausch für alles, was du kennst. Du sagtest, dass du alle Weltenbäume zerstören wirst. Wieso sollte ich dir trauen? Mit meinem Weltenbaum würde auch meine Welt untergehen, sprach das Pokémon. Eigentlich schon, bestätigte auch Omegon. Doch auch wenn es mir viel Mühe bereitet, ich kann eine Ausnahme machen. Wenn das Kaiserreich einbricht, könnte ich deine Welt vor der zerreißenden Kraft des All verschützen und sie ein Teil werden lassen. Es widerspricht eigentlich meiner Wahrheit von der Treue zu einem Weltengeist. Doch ich bin kompromissbereit. Hilf mir! Und deine Welt soll leben, wenn es soweit ist. Und mit ihr all die Pokémon. Das Pokémon war sich unsicher. Könnte dies wirklich die einzige Chance sein, seine Heimat zu schützen? Die andere Alternative wäre es, Omegon zu behandeln, wie er es verdiente. Wie einen Feind. Doch es stimmte. Die Kraft an diesem Ort war bereits unfassbar. Omegon war dem Wesen um Welten über. Er war allem Leben über. Niemand könnte ihn bezwingen. Egal was die Weltengeister versuchten. Er hatte zu viel Macht angesammelt. Es wäre wohl wirklich wert zumindest anzuhören, was Omegon forderte. Hier schien es wahrlich um eins zu gehen. Wenn die Hölle einfällt, steht man dann auf der Seite des Teufels oder gegen ihn. Dann sprich, was verlangst du als Gegenleistung? fragte das Pokémon also. Ich wage beinahe zu behaupten, dass ich dich schon nicht hier mehr belohne als beanspruche. Um deine Mission zu verstehen, musst du wissen, dass Weltenräume, selbst der eigene, eine Art Problem für mich darstellen. Jeder Welt braucht man eine Wurzelwelt. In ihr, der Kern des Weltengeistes. Wird dieser zerstört, so sterben Weltengeiste im Baum. Dies gilt selbst für mich. Und dies wollen die anderen Weltengeister nun nutzen. Sie haben sich zwei Pokémon erwählt, welche sie auf die beschwerliche Reise schicken. meinen Kern zu zerstören, da es ihre einzige Chance wäre, mich noch zu töten. Nun, ich habe schon Maßnahmen getroffen. Weitere Folgen. Ich habe all die Helden, die einst den anderen Weltenbäumen gehörten, zumindest beinahe alle, in meiner Wurzelwelt als treue Krieger, die ihre Heimat verteidigen wollen, so wie du deine. Sie werden heute noch informiert. Und auch dies ist nur für den Fall der Fälle. Denn ich habe die Wurzelwelt abgekapselt. Welten sind miteinander verbunden. Wurzelwelten mit anderen ihres Weltenbaumes und ein oder zwei auch mit anderen Weltenbäumen. Diese durchreißen die Auserwählten nun vom Weltenbaum des Forstes zu dem des Lunaren und anschließend zu mir nun in eine Zweigwelt hier, die einst eine Verbindung zur Wurzelwelt bot. Bis ich diese kamte. Auch die Verbindung zu einer weiteren Wurzelwelt ist gekammt. Sie können nicht in diese Reisen. Somit besteht für mich keine Gefahr. Die Welt ist unerreichbar und selbst würden sie dies schaffen. Uneinnehmbar. Und doch will ich noch sicherer gehen. Und hierbei kommst du ins Spiel, mein Freund. ist unerreichbar. Weltengeister haben ein Problem. Sie können andere Weltenbäume kaum bereisen. Schwach, mit minimalster Kraft, nur für Minuten. Ich könnte gerade eine Beere tragen. So schwach wäre ich in einem anderen Weltenbau. Selbst im eigenen bin ich schwächer als außerhalb aller Weltenbäume. Deine Mission soll es sein, die beiden auserwählten der Weltengeister zu stoppen. Ich gebe dir Kraft, lasse dich reisen, denn ich habe die Macht, Verbindungen zu schaffen. Ich gebe dir Kraft, mehr, als du dir vorstellen kannst. Du stoppst die Beine, ist mir egal, wie genau. Schöne Zeit, schrecke sie ab, töte sie, ist mir gleich. Auch wenn ich denke, letzteres wird nicht nötig. Das Vulpix ist schon beinahe zusammengekippt beim bloßen Anblick meines Omegon-Körpers. Das ist mein Deal. Du ließ mir als Assistent innerhalb der Weltenbäume, um die beiden zu stoppen. Und dafür wird deine Welt leben, wenn es denn soweit ist. Ein Deal mit dem Teufel. Doch es war wirklich kein schlechter Deal. Mit neuer Kraft. Schlicht zwei Pokémon. So lange verzögern, bis es soweit war. Kein schmutziger Job. Kein schwieriger. Und im Austausch dafür dürfte die Heimat leben. Und das ist wirklich alles. Es gibt keinen Haken. Keine weiteren Bedingungen, fragte das Pokémon. das einzige was ich verlange ist mein Erfolg und dieser ist vorherbestimmt und du sollst tun was getan werden muss um zu diesem zu helfen. Soll die beiden doch mehr Macht haben als es nun scheint musst du bereit sein mich zu verteidigen denn du wirst für mich kämpfen als mein Untergebener. ein Wulpix sagtest du richtig kann ich die beiden erkennen natürlich völlig sicher war das Pokémon sich immer noch nicht doch trotzdem gewann mehr und mehr die Überzeugung Überhand also ich bin bereit deinen Forderungen zu folgen sprach das Pokémon letztlich doch nur wenn ich eine Garantie habe dass du die Wahrheit sprichst immerhin sagst du selber das Leben meiner Heimat würde deinen Idealen widersprechen die stärkste Gratite die ich dir geben kann ist ein Stern wenn das Firmament selber wacht dass ein Wort gehalten wird so kann nicht einmal ich mich widersetzen denn wer ein Stern schwur bricht der wird gebrochen wie das Wort mein eigenes Element würde mich verlassen täte ich dies sehr skeptisch nahm das Pokémon an wenn du so ein Schwur gibst dann werde ich für dich kämpfen gut dafür wirst du mich behandeln wie der Herrscher der ich bin meinetwegen kaum war dieses Wort gesprochen strömte unsagbare Kraft um Omegon herum bis jene sich am Himmel absetzte die moment der sterbe mein Element mein Quell der Kraft so blickt hinab auf meine Freund und mich blickt hinab und nehmt wahr was ich heute zu schwören vermag grelles Licht blitzte durch den Himmel diesem Pokémon hier mir gegenüber schwöre ich das Leben seiner Welt die Gesundheit seiner Heimat und all ihrer Bewohner ein normales Leben für sie alle eine Aufnahme in mein baldiges Reich doch nur wenn mein Freund auch seine Aufgabe einhält und hilft den Kern zu schützen welcher die einzige Schwäche meiner sein könnte sobald mein Reich einbricht löse ich diesen Schwur ein denn wenn es soweit ist hat er seine Aufgabe ausreichend bestanden so höret Himmels Sterne erneut blitzten die Sterne am Himmel auf wieder wieder und wieder nahezu unendlich bis sie auf einmal alle schwanden die Sterne vernahmen den Schwur und werden ihn auf ewig behalten bis er gebrochen oder gehalten wird somit wird es nun Zeit für deinen Teil des Deals gut dann bin ich auch bereit gibt es einen Anhaltspunkt unter welchem ich beginnen soll oder mache ich mich alleine auf in einem Deal mit mir wirst du immer das simpelste erfahren dürfen ich habe einen direkten Punkt für dich welchen du nach eigenen Belieben folgen kannst die beiden erwähnten sind inzwischen der Lunar das Weltenbaum dem Weltenbaum des Lunaren angekommen dort werden sie doch auf ein Problem stoßen aus dem Weltbaum des Forstes weiß eigentlich kein Sterblicher wo sich der Kern des Weltengeistes befindet und somit ihre Möglichkeit der Weiterreise denn nur über den Kern können sie den Weltenbaum wechseln wie in den meisten Weltenbäumen die Ausnahme ist natürlich meiner meine Macht ist größer als das allerdings gibt es ein Pokémon in Lunalas Weltenbaum welches den Ort des Kernes kennt auf der Spitze des höchsten Eisbergs lebt eine alte Weise ein Volnona wenn du dich nicht eher danach fühlst die Auserwählten selbst zu beseitigen solltest du dich um sie vielleicht kümmern in Lunalas Wurzelwelt werde ich dich bringen wenn all deine Fragen beantwortet sind wieder war das Pokémon etwas unmütig sagt es nicht es ist simpel den höchsten Eisberg erklimmen ist eine große Herausforderung für normale Sterbliche doch nicht für einen Diener Omegons mit der Kraft welche du auf deiner Ankunft haben wirst wird ein Eisberg nicht das kleinste Hindernis darstellen unterschätze niemals meine Kraft nun bist du bereit zu reisen kurz atmete das Pokémon auf ja Lord Omegon Kapitel 2 eine Heimat höre mich diese Worte waren das erste was ertönte als Günther sich wieder in seiner zweiten Heimat wieder fand Seit Jahren war es ein ähnliches Spiel für ihn von seiner eigenen Welt aus verband er sich mit seiner zweiten Heimat der Welt der Pokémon um seine alten Freunde zu treffen Neues zu erleben schlicht ein Leben zu leben in einer Welt die ruhiger und friedlicher war als die eigene dieses Mal jedoch waren dies die ersten Worte die er hörte und sie schrien nicht nach Erholung ich höre dich wer bist du was willst du es ist zu viel um es so zu besprechen Günther mein Freund ich bin es Omegon versammle und geht zum Hügel am Spiegel See dort sende ich euch ein Zeichen an jenen Ort an welchen wir uns treffen ohne überhaupt eine Möglichkeit zu antworten zu lassen schwand die Stimme wieder und hinterließ das Kanimani mit wenigen Optionen und nur eine davon erschien logisch Er fand sich nun wieder im alt bekannten Haus in welchem einst sein bester Freund Lord Ecke lebte und ihn aufnahm eine Waldhütte nahe Silberdorf Lord Ecke war nun schon seit etwa 20 Jahren in dieser Welt tot in Günthers eigener etwas mehr als 13 Vergessen hatte jedoch keiner den ersten Menschen an diesem Ort welcher über Jahrzehnte sein Geheimnis halten musste um seine Heimat zu schützen Seit der große Kampf gegen Weil es endete war Krieg für die Pokémon Nordicas kein Thema mehr gewesen Doch das damalige Team der Helden war trotzdem kaum auseinander gedriftet Jene die in der Zweigwelt geboren waren waren zwar alle wieder dort Ibi Bulbi Funken Herz Seon sie alle Doch trotzdem ließen sie hin und wieder von sich hören wenn auch in letzter Zeit nicht wirklich das Kernteam dieser Welt war noch beinahe vollständig Latias war immer noch eine Vorsteherin für Silberdorf und kümmerte sich um Organisatorisches Sollte sollte dieses kleine Dorf es überhaupt mal brauchen Ihr Bruder Latios lebte als normales Pokémon schlicht im Dorf Günthas ältester noch lebender Freund Floing war im Prinzip auch immer nahe nur manchmal machte er sich für ein paar Tage selten auch Wochen auf Reisen gemeinsam mit seiner Partnerin Flamia welche er inzwischen auch schon seit vielen vielen Jahren kannte Sumpex war die einzige Ausnahme der Eigenbrötler war meist unterwegs auf Reisen kam jedoch manchmal zu Besuch so wie der Zeit Günther trat auf den Dorfplatz sein Blick umherfallend auf der Suche nach Latias oder Latios da er mit ihrer Hilfe nicht jedes Pokémon einzeln suchen müsste Silberdorf selber hatte sich seit dem großen Krieg kaum verändert ein paar neue Häuser standen das Dorf war etwas größer geworden doch immer noch bequem und idyllisch am Ort welcher er noch mehr Schönheit trug als einst der Hügel auf welchem der große Baum nur noch weiter gewachsen war als später das kann Mani die Dorfvorsteherin und begab sich sofort zu ihr Latias grüß dich ah Günther hallo brauchst du irgendetwas ausnahmsweise schon so selten das auch ist ruf bitte Floing Flamjau Sumpex und Latias hierher es gibt wichtiges zu bereden Zwar wirkte angesprochen etwas verwirrt widersetzte sich jedoch nicht stattdessen schloss sie kurz ihre Augen wie Günther wusste um einen telepathischen Ruf abzusetzen und schon kurz darauf näherten sich nach und nach die erwähnten Pokémon was gibt es ach hallo Günther gut dich mal wieder zu sehen hast du uns einberufen lassen ja das habe ich ich glaube es gibt wichtige Informationen Sumpex wirkte von dieser Aussage nicht gerade begeistert du glaubst was genau soll das heißen als ich gerade wieder diese welt betreten habe hat mich eine stimme begrüßt es war eindeutig Omegon er sagte mir nicht viel nur dass ich euch hier versammeln sollte er meinte er würde uns an einen Ort leiten wo wir persönlich mit ihm sprechen wie auf ein Kommando erschien sofort am Himmel über Günther ein einzelner Stern mitten am helllichten Tag alle Pokémon des Teams sahen wie der einsame Himmelskörper einen Lichtstrahl ausstieß welcher an einen besonderen Ort zeigte eine Weile später fand sich das gesamte Team unterirdisch ein dort wohin der Stern sie geführt hatte waren sie gereist und hatten mit Hilfe des Signales einen geheimen Eingang in den Untergrund gefunden hier erstreckte sich eine riesige Höhle ein Ende schien beinahe nicht in Sicht so etwas hat sich hier so lange versteckt und niemand hat es je gefunden das ist ja unglaublich aber was ich mich frage warum was gibt es hier das wert ist versteckt zu werden also wenn ich raten müsste vorsichtig näherte sich Günther einer eigenartigen schwebenden Kugel an welche am hinteren Ende des Raumes schwebte etwas größer als das Kanimani selber würde ich schätzen dass dieses Ding hier schuld ist korrekt kurz schreckte Günther zurück und seine Freunde traten zu ihm als eine winzige schwarze Echse nur so groß wie eine Kralle des Kanimani von der Rückseite der Kugel nach vorne kroch dieser unscheinbare Anblick könnte viele verwirren doch nicht die eingesessenen Helden die jenes Wesen bereits kannten und wussten wie er aussah wenn er denn entfaltet war Omegon du wolltest uns sehen wie du siehst habe ich deine Anweisung befolgt und das Team versammelt was geschehen dass du uns von Angesicht zu Angesicht sehen willst ein kurzer Moment von bedeutender Stille folgte auch ohne Augen schien Omegons Blick auf den Pokémon zu brennen hört mir zu alles was ich euch hier sage muss fürs erste unter uns bleiben ja gut also beginnen wir am Anfang ich hätte diesen Ort am liebsten ewig geheim gehalten selbst euch gegenüber doch die Situation erfordert es dieser Ort ist wahrlich wert geschützt zu werden denn diese Kugel ist mein Kern der Kern von 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 Welge Geist und Welten Bau dies ist der einzige Weg mich zu zerstören wo ich im Kampf zu mächtig bin und so gern ich den Frieden breche wenn ihr euch tapfer erkämpft habt vielleicht ist das noch nicht zu Ende ist Dark zurück der Gedanke an den alten Feind ließ den Anführer des Teams sofort aufschrecken Jahrzehnte hatten sie Krieg gegen den dunklen Gott geführt viele Freunde hatten sie verloren so viel Leid um ihre Heimat zu schützen bis sie es endlich geschafft hatten und Günther seine letzte Chance zerstören musste persönlich in diese Welt zu kommen mehr als nur eine Simulation der Gedanke dass dieser Tod Feind einfach zurückkehren könnte nein also doch vermutlich ich gehe stark davon aus dass er sich irgendwo in einem anderen Weltbaum herumtreibt doch er hat nicht mehr die Macht den gefährlich machte es sind nun andere Pokémon die aus fernen Weltenbäumen anreisen im Glauben dass ihre eigenen Weltenbäume mehr Macht erlangen wenn unserer stirbt sie fühlen sich von unserer Macht bedroht und wollen die Kraft für ihre eigenen Welten und leider innerhalb der Weltenbäume habe ich wenig Macht noch bitte ich euch dies alles für euch zu behalten ich habe schon unzählige Vorbereitungen getroffen die Pokémon werden diese Welten erreichen können doch sollte Unmöglichstes geschehen brauche ich eure Bereitschaft ich habe bereits jemanden geschickt sie zu stoppen und diese Welt ist abgesiegelt du warst das Latios erkannte sofort den Zusammenhang zwischen diesen Erklärungen und den Freunden der benachbarten Welt welche lange nicht mehr von sich hören ließen Ja es musste sein sobald die Lage wieder sicher ist könnt ihr sie wieder sehen zwar bin ich wohl über vorsichtig gegen normale Pokémon doch sie haben etwas an sich das die gefährlicher wirken lässt als sie sind Günther halte dich bitte immer zu meiner Bereitschaft weil ich die Aufforderung habe für einen Moment schien das Kanimani tatsächlich nachdenklich und drehte sich kurz zu seinen Freunden allerdings schien die Entscheidung getroffen gut drogings Neuigkeiten und Anweisungen auf Basis dieser und ich werde hier sein um sie zu empfangen eine Sache jedoch wissen unsere Freunde in der Zweigwelt Bescheid weshalb die Verbindung gekappt ist Omegons Antwort folgte bestimmt nein niemand aus euch weiß Bescheid es ist meine und auch eure Pflicht eine Massenpanik zu verhindern gerade wo ich so viele andere Maßnahmen bereits getroffen habe die Massen dürfen erst davon erfahren sollte es wirklich von Nöten werden wieder schwankte Günther kurz bevor er eine mutige Entscheidung traf er wagte es eine Bedingung zu stellen wir hatten die Stellung und waren das Geheimnis aber nur wenn du ihnen erklärst was vor sich geht sie gehören zu uns und außerdem wenn diese Welt abgekapselt ist werden die Pokémon trotzdem in ihre Welt kommen oder nicht sollen sollen sie in diesem Fall nicht auch bereit sein erst war Omegon sehr unzufrieden über diese Forderung doch schnell begann er auch den Sinn hinter dieser zu verstehen Nun gut sobald ich mit den Vorbereitungen fertig bin werde ich Funken Herz benachrichtigen sie reist genügend um den Rest des Teams zu informieren damit steht unsere Vereinbarung ich verlasse mich auf euch und bin sicher dass ihr die Bedeutung des Ganzen versteht zwar wirkt nun noch alles sicher aber es gab auch Zeiten vor dem dunklen Gott in welchen Dark unbedrohlich schien und sollte es irgendwie scheitern dann wäre alles umsonst was dem Rest für diese Welt getan hat dazu darf es nicht kommen über diese Aussage herrscht der Einigkeit zu viel war geschehen um es alles vergeblich sein zu lassen all die Gefallenen deren Opfer um sonst wären nur gut dann tretet ab außer Günther du bleibst bitte noch Worte folgten Taten als Floink Flam Jaulat Jas Latios und Sumpex die geheimnisvolle Höhle verließen Nun sind sie also weg sofort näherte sich Günther und blickte die finstere Echse an Sein Blick zeigte Wissen Also Omegon du weißt dass ich dir die Geschichte über die ängstlichen Reisenden nicht abkaufe was ist das wirklich weshalb fragst du mich dies wenn du es ohnehin erahnst da gerade recht nicht die anderen Weltenbäume werden sterben wenn dieser es nicht tut und die Pokémon die nun hier her reisen wollen kommen um ihre Heimaten zu schützen habe ich recht kurz erwartete dass Kani Marni sein Weltengeist kritisch durchschaut zu haben doch Omegon schien nicht von Günthers Verständnis gestört die Weltengeister suchten sich zwei Pokémon aus dem Weltraum des Forstes zwei Brüder sind auch so wie du solltest den Weltraum zerstören ich traf die beiden bereits als Terror sie von ihrer Aufgabe berichtete sind schwach ängstlich mein bloßer anblick sie fast aufgeben aber ich traue dem Brat nicht die Weltgeister und dacca werden ihre Gründe haben diese Mon aus zu suchen und du erwartest also dass wir dir helfen diese Welt trotzdem zu schützen ja du zumindest um nur noch eine neue Moral zu kreieren seid ihr diesem Weg schon zu lange gefolgt es schockierte Günther selber als er diese Worte hörte doch vor allem als er sich selber zustimmen fand wir haben uns entschlossen diese Welt zu verteidigen in eine andere der Pokémon könnte ich ohnehin niemals gelangen auch nicht wie ich bin ich mag ungerecht sein dafür andere Welten leiden zu lassen aber ist es nicht rechtens seine Heimat zu verteidigen nach allem was geschehen ist kannst du dich nicht von diesem Ort trennen welchen du lerntest zu lieben ist deine Zuflucht aus einer düsteren Welt und doch glaubst du dass deine Freunde dir zustimmen würden nein sie würden besser als ich sie würden uns aufgeben wenn dafür die anderen Welten Bäume leben würden selbst wenn alles wofür wir standen damit umsonst wäre kurz kehrte Stille in der Höhle ein bevor Omegon eine wichtige Frage stellte ihre Wehen sind fest doch ich weiß nicht ob die außer wen sie nicht umstimmen könnten sollte es zu einer Begegnung kommen ich weiß dass du mit ganzem Herzen für deine Heimat kämpfst und dein Ergefühl hast auch wenn es zum härtesten kommt glaubst dass du wahrlich bereit wärst dass du bereit wärst dich gegen deine eigenen Freunde zu stellen um sie vor ihrer eigenen Moral Vorstellung zu retten ihn als Feind begegnen zu müssen wenn sie vor der Bahn abkommt auf auf welcher sie sich leben es kommt darauf an ich würde niemals bereit sein ihnen das Leben zu nehmen aber sie bekämpfen um diese Welt zu schützen damit unser Team bleiben kann der Frieden für den wir gekämpft haben dafür bin ich bereit ich wusste dass ich auf dich zählen kann Günther du hattest schon immer einen starken Willen Kapitel 3 von Angesicht zu Angesicht die Welt um Flamme herum verschwamm als er in das Portal trat welches sein Bruder und ihn in den nächsten Weltenbaum bringen sollte der Weltenbaum des Lunaren beherrscht von Lunala von diesem aus konnte die Reise wahrlich in den Weltenbaum des Sternenlichtes weiter gehen doch wie wäre überhaupt Lunalas Weltenbaum nun langsam bildete sich eine Gegend um Flamme herum eine Gegend welche ehrlich gesagt nicht aussah wie ein Weltenbaum ewige blaue Weiten einzelne kleine Punkte sammelten sich in diesem Blau das einzige was sich in dieser eigenartigen Gegend etwas abhob war ein See voller glastem Wasser nach all den Kämpfen und Gesprächen die nun hinter ihm lagen war dieser ein Segen ein paar Schlucke frisches Wasser bevor er beginnen konnte diesen Ort zu erkunden würden ihn wieder etwas stärken langsam näherte sich Solas Wulpix dem stillen Gewässer an und blickte hinab ihm entgegen blickte seine eigene Reflexion als er kurz mit der Pfote ins Wasser tastete um sicher zu gehen dass es trinkbar war es schien völlig sauber und war kühl aber nicht zu kalt im Prinzip genau perfekt mit dieser Sicherheit schwanden auch die Zweifel des Wulpix als er begann zu trinken und sein staub trockener Hals sich endlich wieder normal anfühlte langsam blickte er wieder auf sein Durst gestillt und sah seine Reflexion immer noch nach vorne blicken nun inmitten der Wellen welche er selber erzeugt hatte sie wirkte ein wenig verzerrt aber dies lag an den Wellen zumindest dachte Flamme dies bis er seinen Kopf weiter anhob um zu gehen und feststellte dass sein Abbild ihm nicht folgte stattdessen schien sein Fell ein leicht dunkleres Orange anzunehmen sein Körper als ganzer wuchs ein kleines bisschen und auf einmal schlich sich ein leichtes grinsen auf das Bild im See panisch sprang Flamme zurück seinen Blick immer noch auf den See gerichtet in welchem selbst aus leichtem Abstand immer noch ein Wulpix zu sehen war kein Grund zur Panik Flamme also habe ich dich endlich erreicht der bekannten Stimme folgend nährte der Auserwählte sich erneut dem Wasser an und blickte dem Wulpix in seinem Inneren entgegen Inferno bist du das der einzig wahre ich kann dich also wirklich erreichen na dann ich habe es dir versprochen wir stehen uns endlich gegenüber willkommen in meinem Heim noch einmal sah sich Flamme an diesem Ort um dieses mal mit mehr Bewusstsein was dies wahrlich war als Inferno seinem Host versprochen hatte ihn in seiner Heimat zu treffen hatte Flamme sich darunter nichts vorstellen können immerhin war Inferno nichts mehr als eine Stimme in seinem Kopf doch nun kannte er einen Ort an welchem dieses Wesen lebte und selbst ein Gesicht zu ihm wenn er wirklich eins hatte das war für Flamme noch nicht ganz klar irgendwie war Inferno ja auch kein Pokémon sah hier aber wie eins aus aber was nun erst einmal die allerhöchste Priorität hatte dies war das erste Gespräch seitdem die Ereignisse nach dem Duell gegen Sakit geschehen waren du bist immer noch da ich dachte schon du wärst weg wo warst du als als was auch immer das hier war als das hier war was soll ich denn da denken die Frage gebe ich direkt so zurück ich habe dich gewarnt und du hast mich ignoriert du hast Glück dass wir beide so glimpflich davongekommen sind ich habe keine Ahnung was genau dieses Wesen war also irgendwie schon es war dein innerer Wahn aber mehr weiß ich auch nicht vor allem habe ich keine Ahnung ob du dieses Ding in einem Kampf besiegen könntest ganz im Sinne vom Ding selber muss ich da sagen ich glaube nicht dass du gewinnen kannst aber gut wir müssen uns jetzt nicht mehr wegen diesem Problem streiten denn ich sehe mich korrigiert letztes Mal sagte ich dass wir nicht einfach warten können bis sich uns die Lösung selber findet und nun die Lösung ist angekommen Telizium zwar hatte Flammy hierbei recht das Kraut welches Ialia ihm gegeben hatte schien wahrlich die Lösung für die inneren Probleme des Wulpix zu sein doch gleichzeitig war er skeptisch der Pflanze gegenüber meinst du wirklich es so eine Wunderheilung ich meine ja es funktioniert im Moment aber Mama hat mich gewarnt es so wenig zu nutzen wie möglich es nicht gesund die Reflexion im See schien kurz genervt fing sich jedoch schnell so wenig wie möglich so viel wie nötig was hilft es irgendjemandem wenn du zu wenig von dem Kraut einnimmst du Flamme wir wir beide wir sind aus der Welt um ein großes Problem zu lösen ein Problem viel größer als wir beide wir sind da um Millionen Leben zu retten du willst denke ich genauso wenig wie ich scheitern da du zu zögerlich mit einer Pflanze umgehst also überleg dir lieber wie viel Vorsicht du wirklich zeigen willst dieses 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 motto so wenig wie möglich so viel wie nötig stellte eigentlich den perfekten Kompromiss da welchen es in diesem Streit geben könnte ja dann sind wir uns doch einig ich nehme von dem Telizium was ich brauche und nicht mehr davon also dann hier lebst du an diesem See im Inneren deines Bewusstseins ja nun leider sind wir noch nicht ganz an dem Punkt an dem ich irgendwann sein möchte aber bisher ist es gut genug irgendwann flamme das verspreche ich dir stehen wir uns wahrlich gegenüber ohne einen See als Grenze zwischen uns Auge um Auge aber das hier ist für den Moment mehr als genug es stimmte es war wirklich ein guter Schritt so Inferno näher zu kommen und hoffentlich würde es auch eine Hilfe darstellen auf dem Weg weit weg von diesem seltsamen Wesen und das bist also du das Bild was ich hier vor mir im See sehe mit Leib und Seele nun eigentlich nicht einen wahren Körper habe ich nicht nur eine Gestalt den Körper fürs du interessiert blickte Flamme auf die Wulpix Gestalt im Gegenüber welche zwar manche Unterschiede trug ihm aber alles in allem doch sehr ähnlich war Ich führe zwar den Körper aber das hindert dich anscheinend ja nicht dran mir so ähnlich zu sehen ich dachte eigentlich du siehst etwas kreativer aus weshalb sollte ich Flamme ich bin du deine innere Flamme dafür unterscheiden wir uns eigentlich sogar schon zu viel ist verwunderlich dass wir überhaupt Unterschiede tragen aber gut ich schließe nicht aus dass das noch wird dein Körper wird sich vermutlich noch etwas ändern im Ende deines Wachstums vielleicht siehst du mir danach ja ähnlicher etwas unsicher blickte Flamme auf sein vergleichsweise helles Fell äh ungern mit dem düsteren Fell deprimiere ich ja Leute wenn sie mich einfach nur angucken wäre es dir lieber so auszusehen wie die bestie gegen die schon gekämpft hast ist dir das dann farbenfroh genug oder hast du Angst Leute zu blenden wenn sie dich angucken ich glaub rot passt nicht so zu mir das lässt mich so aggressiv wirken und das soll nicht passen ich würde uns nicht als geduldig und ruhig bezeichnen unberechenbare Aggression trifft es besser als du dir eingestehst entgegen eigenem Willen spürte Flamme wie Funken seinem Maul aus Zorn entsprangen was seinem Einspruch nicht gerade den nötigen Nachdruck verlie das einzige unberechenbar aggressive ist dieses Monster und weshalb redest du als wärst das nicht du die Frage kam so aus dem nichts dass Flamme vor Verwirrung kurz vergaß zornig zu sein ich habe aktiv gegen das Viech gekämpft es hat mich angegriffen mein Körper besetzt wie kannst du es wagen mich damit gleichzusetzen das Ding ist der personifizierte Wahnsinn dein Wahnsinn es folgte ein Moment der Stille mit intensiven Blicken beider Wulpix du musst das lernen Flamme was denkst du denn weshalb die Bestie überhaupt die Möglichkeit hat die Kontrolle zu ergreifen sie ist nicht anders als ich wir sind beide Teile von dir das Monster ist ein verborgener hässlicher Teil voller Hass welcher du selber nicht sein möchtest was nicht heißt dass du es nie sein kannst es wovor ich gewarnt habe und was ich versuche dich verstehen zu lassen äußere Einflüsse verändern zwar Dinge doch letztlich sind sie nicht schuld daran dass unsere Verbindung leidet und dafür dass die Bestie an Macht gewinnt von außen kommt der Dünger durch den das Unkraut wächst die Wurzel ist jedoch im Inneren Weshalb genau soll mein Bruder los werden und weshalb soll dieses Kraut dann so stark sein was du sagst ergibt alles keinen Sinn merkst du das nicht du bist weit gekommen dass du inzwischen an dem Sinn deiner eigenen Worte zweifelst das Tellizium und Soll haben beide eins gemeinsam sind äußere Elemente der Effekt den sie jedoch in dieser Lage haben ist allein innerlich Soll erzeugt Stress Stress welcher den Wahn nährt und das Unkraut gedeihen lässt das Tellizium hingegen beruhigt deine Seele und lässt dich entspannen befreit dich von Qual und Schmerz ist wichtig was es mit deiner Seele und deinen Emotionen macht deswegen solltest du soll los werden tja aber jetzt musst du wohl sehen dass du unrecht hattest soll es ebenfalls auserwählt er muss mit reisen das Abbild im See sah relativ unzufrieden aus auch wenn auch er wusste dass es stimmte ich wüsste nur gerne womit er das verdient deine Bestimmung hat einen Grund und der bin ich ich bin die einzige Flamme dieser Art bei den anderen Pokémon eures Stammes bleibt diese doch metaphorisch und auch bei ihm dieses Fulkan hat keinen Grund erwählt zu sein aber gut eines musst du ohnehin weiterhin beachten er ist für diese Mission ebenfalls von Nöten aber seine Erwähnung blieb Nebensache auch vor Terrus an allererster Stelle stehst du stehen wir wir sind der erste Auserwählte soll unser bedeutender Begleiter und vor allem ob nun auserwählt oder nicht ob er will oder nicht könnte seine Anwesenheit die Mission behindern Flamme hatte eigentlich gehofft dass der Fakt das soll auserwählt war genug wäre um dieses Streitthema endlich zu beenden zwar hatte Inferno nun keine Argumente mehr das Fulcano loszu werden doch Missgunst schien weiterhin zu herrschen wie genau kann es überhaupt sein dass du so ein Problem mit soll hast ich habe das nicht und du sagst doch selber ständig dass du und ich eins sind ich glaube du verstehst das Verhältnis zwischen uns beiden immer noch nicht anders als die anderen inneren Flammen bin ich nicht gezwungen gleich zu denken wie du zumindest nicht ganz wir können nie völlig verschieden denken doch ich kann Dinge denken die du selber nicht spürst obwohl sie in deinem unterbewusstsein herumschwirren und dort merkst du dass dieses vulkane Probleme verursachen könnte die wir beide nicht verantworten können aber wir brauchen uns eigentlich auch gar nicht zu streiten denn der Risikofaktor soll wurde stark gemindert Yalia hat uns wahrlich einen Schatz geschenkt als sie das Delizium gab weißt du du wirst mir wirklich etwas sehr begeistert von dem Zeug es hat große Nachteile weißt du und ist extrem stark und genau das macht es doch so gut schwache mittel lösen keine massiven Probleme natürlich hat Delizium Nachteile aber die können wir alle leicht umgehen wenn du einfach die richtige Dosierung einhältst und sag mir mal was ist die bessere Alternative ein wenig Kopfdröhnen nach dem Aufwachen oder das Monster immer noch war Flamme sich nicht wirklich sicher er hatte das Gefühl dass Inferno das Kraut unterschätzte vielleicht durch seine Lage weniger einschätzen konnte was wirklich die physischen Folgen einer derartigen Droge sein könnten allerdings hieß es auch nicht dass er keine Argumente hatte außerdem hätte seine Mutter Flamme ja auch so etwas nicht gegeben wenn sie nicht selber davon überzeugt wäre dass es das Risiko wirklich wert sei ich fürchte allerdings dass unser heutiges Gespräch an dieser Stelle enden muss ihr seid bereits lange in der Wurzelwelt des Weltenbaumes des Lunaren angekommen ich kann dich nicht noch länger hier halten wir werden definitiv wieder reden aber zuvor stehen wichtige Dinge bevor ihr müsst Lunadas Kern finden damit wir in Omegons Heim kommen also los Flamme auf in die Fremde Kapitel 4 Nostalgische Fremde Komm Flamme wach endlich auf heute ist ein großer Tag irgendwie kam diese Worte Flamme etwas zu bekannt vor letztes Mal als er sie gehört hatte musste er noch am selben Tag erfahren dass sein gesamtes Schicksal sich wandeln würde zumindest hatte er dieses Mal den Vorteil dass er bereits wusste dass er tief inmitten irgendeiner Scheiße steckte genervt erhob sich das Wulpix und blickte sich um der Ort an welchem er sich befand war ihm völlig fremd aber es war kein auf dem Papier besonderer Ort ein grüner in Flammes Augen ziemlich ekelhafter Sumpf das einzige was durch das Grün heraus stach waren die beiden neu angekommenen Feuer Pokémon ich dachte schon du würdest den ganzen Tag durchschlafen weshalb brauchst du denn so lang manche Pokémon haben eben noch Verpflichtungen auf der Reise zwischen den Welten es überraschte Flamme wenig das soll nicht verstehen zu schien was sein Bruder damit aussagen wollte aber aber tatsächlich entschied sich das Fulcano gegen jede weitere Nachfrage seit den Ereignissen vor dem Forstschrein glaubte er wahrscheinlich auch dass das Wulpix verrückt sei und schob es darauf naja völlig falsch war die These ja auch nicht wie sich Flamme selber eingestehen musste aber es war für ihn auf jeden Fall etwas Gutes nämlich eine Begründung durch welche er keine weiteren Fragen beantworten musste also wollen wir weiter oder ewig hier warten wir müssen den Weltenbaum des Sternlichtes das heißt wir müssen wieder den Weltengeist finden und hast du eine Idee wie wir das machen wir können schlecht die Pokémon die hier leben fragen andererseits ist es sehr unwahrscheinlich dass sie Bescheid wissen und andererseits selbst wenn sie es täten würden sie wohl nicht gerade wild Fremden wie uns das erzählen fragen kostet trotzdem nichts wenn sie nichts wissen hilft uns das nicht schadet aber auch nicht und wenn sie uns nichts verraten ebenfalls dieser Punkt war zwar logisch auch für soll aber trotzdem verblieb ein sehr eindeutiges Problem selbst wenn wir jemanden fragen wollen wo finden wir hier über Pokémon wo auch immer wir hier sind auskennen tun wir uns definitiv beide nicht na auf geht's dann müssen wir ihn suchen etwas unmütig aber wissend dass es wahrlich die einzige Option war folgte soll seinem Bruder so als dieser sich aufmachte durch die sumpfige Landschaft in der Hoffnung dieser bald zu entgehen und einen angenehmeren Ort zu finden schnell durften die beiden Brüder so feststellen dass das Sumpfgebiet glücklicherweise relativ klein war es endete schon nach wenigen Minuten Fußmarsch und brachte die beiden Pokémon stattdessen an eine ausgeschilderte Kreuzung wenn man sich hier nur zurechtfinden würde die Kreuzung hatte anders als es für diese gewöhnlich war keine vier Wege beziehungsweise doch sie hatte vier Wege doch jeder der vier Wege spaltete sich alle paar Meter weiter auf und so ergaben sich über 50 Wege jeder von ihnen beschildert alles klar guck ob irgendein dieser Schilder auf etwas hindeutet was Leben sein könnte und ansonsten ignorieren wir alles andere sonst kommen wir von hier nicht weg sümpfe flüsse vulkane wiesen kraftwerke all dies war auf den verschiedensten schildern ausgeschildert und woher genau wissen wir was tatsächlich leben beinhaltet ich bezweifle dass irgendwo steht platz wo pokémon sind oder so ein scheiß wir kennen diese welt nicht sie könnten auf vulkan leben in kraftwerken überall nun die annahme hatte durchaus eine logische wurzel allerdings war sie mehr als inkorrekt also hier auf diesem schild steht wortwörtlich pokémon platz etwas ungläubig lief soll zu seinem bruder hier rüber nicht wirklich oder du solltest öfter pessimistisch sein du schaffst es damit konsequent falsch zu liegen der blick beider brüder lag auf einem von vielen holz schildern dieses direkt nach norden zeigend pokémon platz stand wahrlich in großen buchstaben dort aufgeschrieben na super zumindest kennen wir jetzt den weg also dann rasten wir erst und dann reisen wir direkt weiter kurz blickte flamme in den himmel wo die noch nicht einmal ihren höchsten punkt erreicht hatte zeit wäre allemal noch auch wenn sie rasteten doch auch als er mitten in die sonne blickte spürte er wie etwas in seinem kopf zu dröhnen begann stimmen schienen zu erklingen gleichzeitig mit einem wechsel eine leise eine laut eine besorgt eine schrecklich doch einen vorteil hatte es denn inzwischen hatte flamme eine waffe panisch griff er sich etwas telizium aus dem beutel seiner mutter während sol nervös einen schritt zurück trat kurz zerdrückt setzte die pflanze bereits ihren duft frei welcher sofort den lärm schwinden ließ flamme fühlte sich wieder deutlich freier der himmel schien blauer alle farben greller als noch zuvor alles okay hilft dieses zeug wirklich nun deutlich entspannter antwortete flamme ähnlich wie er sich fühlte das telizium macht einen perfekten job das zeug ist prima wenn es wirklich etwas bewirkt dann dann ist es gut aber denk dran nutze es wirklich nur wenn es nicht anders geht mama hat dich nicht umsonst gewarnt erst durch die erinnerung fiel flamme die warnung erst wirklich wieder ein er hatte gar nicht erst nachgedacht bevor er direkt zum kraut gegriffen hatte aber er brauchte es nun einmal manchmal das hat ihm inferno gerade auch schon gesagt ja klar also wo waren wir davor gerade rasten erst oder machen wir uns direkt auf zu diesem pokémon platz ah genau also mir ist beides recht wir haben Zeit für eine Pause aber ich schätze wir verbringen die Nacht dort also hätten wir dann mehr Zeit eine bleibe zu finden nun dachte soll kurz nach doch hatte sich schnell entschieden wir sind vom Sumpf bis hierher noch nicht weit gewandert und zumindest ein bisschen konnten wir uns vorher erholen als Terros uns alles erklärt hat also lass uns noch weiter gehen worauf soll hinaus wollte war logisch und auch stimmte Flamme zu aber nicht in jedem Detail du konntest dich bei Terros entspannen selbst nachdem du Omegon gesehen hast dieses Monster ist wirklich gruselig ja aber gleichzeitig wir müssen ihm ja nicht gegenüber treten das war vermutlich das einzige Mal dass wir diesen Kerl wirklich treffen und das reicht mir damit ich mir nicht wirklich Sorgen machen muss Omegon ist nicht nur als direktes gegenüber eine Gefahr wir wissen nicht was er vor hat und ich glaube nicht daran dass er ein Risiko eingeht ihm ist bewusst dass wir keine Gegner fielen sind aber wir trotzdem sicher gehen das wird das letzte bisschen Hoffnung aufgeben dieses Monster arbeitet seit Jahrhunderten dran alles zu zerstören so kurz vor dem Ziel wird er sich nicht Nun kehrte erst einmal ein Moment der Stille ein als Soll überlegte wie er weitermachen würde jemanden zu motivieren war eine Sache jemanden zu motivieren der mit aller Kraft versuchte das Negative zu sehen eine andere dann hatten sie ja schon genügend Glück und jetzt sind wir dran komm schon Flamme sei mal optimistischer denk dran wofür wir kämpfen für unsere Familie und für das Dorf wenn man dir so zuhört glaubt man teilweise dass du gar nicht gewinnen willst es gibt einen Unterschied zwischen wollen und daran glauben ich habe nicht vor nicht zu kämpfen aber gleichzeitig habe ich nicht vor mir große Hoffnung zu machen nur damit diese zerfallen dann sind wir uns eben einig diesen Kampf unterschiedlich zu handhaben solange du nicht daran denkst aufzugeben die Chance der was du diesen Krieg gewinn ist niedrig aber null wird sie nur wenn wir nichts tun dies reichte soll anscheinend erst einmal als Ansage denn er setzte dieses Gespräch nun nicht weiter fort stattdessen schritten beide Brüder nun voran auf dem Weg zum Pokémon Platz ein Ort dessen Name nichts in ihn auslöste doch für so manche die diese Zeilen gerade vernehmen dürfte dies anders sein dies war der Weltenbaum des Lunaren Lunalas Reich jene Welt in welcher einst die Katastrophe des Meteoriten eintreten wollte der Pokémon Platz war ein Zentrum gewesen für alle die damals dabei gewesen waren auch für die Helden welche letztlich Rayquaza bezwangen um so die Zerstörung des Zerstörungsbringers zu stoppen jene Helden welche nicht voll zu Teil von Omegons Elite wurden oder nur für kurze Zeit Olaf dessen Bruder später zu Omegons eigenem Helden wurde kehrte durch die Macht des Sternlicht Gottes zurück in die Welt der Menschen dorthin von wo er einst kam Hydropi der andere der beiden Helden war jedoch Teil der Gruppe geworden welche gemeinsam weil es stürzten nun inzwischen als Sumpex und dieser Ort an welchem nun zwei neue Helden nicht ausgerüstet mit der Kraft der Mächtigsten doch mit dem Feuer der Hoffnung im Inneren reisen würden war ihre Heimat gewesen ihr Stützpunkt und doch war recht egal was einst geschehen war ohne es zu wissen hatten die einstigen Helden einen großen Teil dazu beigetragen das eventuelle Ende ihrer einstigen Heimat zu besiegeln doch nun war es an der Zeit Lunala aufzusuchen so dass Flamme und Soll in den Weltenbaum des Sternenlichtes kommen würden der Weg erstreckte sich weit doch Fußweg war kein Hindernis zwar waren die Brüder keine großen Abenteurer doch sie wurden in ihrer Heimat zu Kriegern ausgebildet reichte das für einen Krieg wie diesen vermutlich nicht aber was noch fehlte konnte ja noch kommen und vielleicht war dies der Ort an dem es beginnen sollte es dauerte noch ein paar Stunden bis der lange Weg auf welchem sich noch unzählige weitere Abzweigungen befunden hatten an einem wichtigen Punkt ankam ein Weg rechts führte weg von einem seltsamen dunkelblauen Haus auch geradeaus ging der Weg weiter schien sich in der Ferne ein Ende auf einem großen Platz zu finden soll betrachtete das große Gebilde welches scheinbar leerstehend diesen Ort extravaganter wirkte es dieses Gebäude sieht aus wie ein Pokémon Wetzel hat so etwas komisches hier hingebaut ihr seid nicht von hier oder das Vucano schreckte kurz auf als ihm ein seltsamer Schatten neben sich auf fiel Flamme hingegen wirkte wenig beeindruckt nein sind wir nicht merkt man dieses Haus gehörte einst den Helden die unsere Welt von dem Kometen gerettet haben wenn wir sagen wir kommen nicht von hier dann meinen wir das mehr als du vielleicht denkst wir haben keine Ahnung von welchem Kometen du gerade redest das seltsame Pokémon blickt soll verwirrt an meinst du ihr kommt sogar aus einem anderen Weltenbaum aber ihr gehört nicht zu ihm oder ich würde optimistisch sagen dass wir das nicht tun weil ich keine Ahnung habe wen du überhaupt meinst wir gehören zu Nihon außer uns selbst und Terros kurz blickte die Gestalt die beiden Brüder skeptisch an doch schienen sich bald mit ihrer Antwort abzufinden äh ihr seht nicht gefährlich aus wird schon passen na danke also hast du vor uns noch weiter aufzuhalten und hilfst uns tatsächlich weiter wenn ihr nicht sagt wobei ihr Hilfe braucht wird das schwer wir müssen zu Lunala diese Aussage war genug um den Geist wieder völlig aus der Bahn zu werfen ihr wollt was euch schon klar dass das keinem erlaubt sein sollte es hat einen Grund dass nur ein Pokémon weiß wo Lunala ist dir müssen wir nichts erklären gerade wenn du uns sowieso nicht glauben würdest aber Terros hat uns aufgetragen zu Lunala zu reisen also müssen wir das wisst ihr eigentlich ist es sowieso egal ob ich euch glaube oder nicht helfen kann ich euch sowieso nicht wirklich folgt mir einfach ich bringe euch zu jemanden der euch eher helfen kann oder nicht wenn er es für eine schlechte Idee hält und du sagst dieses Pokémon weiß wo Lunala ist nö das weiß nur die weiße Lunala auf dem Eisberg aber da muss ich euch enttäuschen dort kommt im Moment niemand Kapitel 5 Omegons Boote das eigenartige Pokémon führte die beiden Brüder so mitten auf den Platz welchen sie bereits aus der Ferne gesehen hatten überall an diesem Ort waren Steine musterhaft ausgelegt verschiedenste Stände schmückten den Platz und regten zur Nutzung ihrer Angebote an die Anzahl der Pokémon hielt sich gerade eher in Grenzen doch Flamme konnte sich gut vorstellen wie dieser Ort voller Leben aussehen würde der Einheimische schien eines der paar anwesenden Pokémon direkt im Blick zu haben vermutlich war es jenes welches er erwähnt hatte alleine schien es einfach ohne Ziel in der Gegend zu stehen und ins Nichts zu blicken Simsalah ich brauche mal etwas Unterstützung nun erst drehte sich die eigenartige Gestalt um und erblickte den Geist so wie die beiden Pokémon in seinem Schlepptau du hast uns Besucher gebracht Gengar frag sie selber die beiden reden seltsame Dinge und ich weiß nicht was ich mit ihnen machen soll interessiert blickte das gelbliche Pokémon zu den jungen Feuer Pokémon weshalb soll direkt das Wort ergriff wir müssen zum Lunala es ist wirklich wichtig Terros hat es uns aufgetragen Flamme fand diesen Ansatz schon schrecklich warum sollte dieses Pokémon Simsalah wie Gengar sagte diese Geschichte einfach glauben Terros der Weltengeist habe ich mir auch gedacht wollen wir sie gleich verscheuchen vermutlich gehört sie zu dem Kerl der hier vorhin durchgekommen ist ruhig du warst schon früher immer sehr schnell damit Pokémon zu verbannen nicht also ihr beiden wie heißt ihr denn zwar schien Simsalah deutlich redebereiter zu sein als sein Bekannter doch dies änderte nichts daran dass Flamme nicht bereit war ihm zu trauen aber wie eigentlich immer war Sol deutlich offener mein Name ist Sol und mein Bruder heißt Flamme ohne jede Vorwarnung wandte sich Simsalah wieder ab und blickte in die Ferne Worte entsprangen seinem Mund Flamme wusste nicht einmal ob das Pokémon dies selber bemerkte oder wollte wenn die Zeit unvergangen wird werden sechs Teile der Flamme den Sturz des Himmels verhindern und eine neue Ära einleiten selbst Gang da schien nicht zu verstehen wovon genau das Psycho Pokémon sprach das klingt eher nach was was Volnona sagen würde worum genau geht es hier gerade diese Aussage stammt auch von Volnona nun zumindest hat sie mir davon erzählt es ist schon lange her viele viele Jahre sie kam zu mir erzählte mir von einer Prophezeiung des Götterboten sie bestand aus genau diesen Worten dann bat sie mich sollte ich jemals die Flamme finden so müsse Volnona sie sehen nun ich verstand nicht was sie meinte und gab auch schnell auf dies zu versuchen aber im Unterbewusstsein schwirrten mir diese Worte trotzdem umher wieder und wieder es muss soweit sein von Terus gesendet Flamme es kann kein Zufall sein warte also willst du sie wirklich sie müssen Volnona sehen Gengar erkannte nun dass Einspruch keinen Sinn mehr hatte doch trotzdem zeigte er ein großes Problem auf selbst wenn das der Fall ist wie genau soll das klappen wir haben niemanden hier der noch gut kämpfen kann und dieser Kerl treibt sich kurz blickten sich die beiden einheimischen stumm an dann sprach Simsalah es erst ein paar Stunden her als ein Pokémon vom Eisbeck auf dem Volnona zu uns kam ein vermummtes Pokémon kam dort an und fragte nach Volnona er war deutlich nicht friedlich gesinnt und stellte sich nur als ein Bote vor ein Bote seines Lord Omegon als er auf Widerstand stieß wirkten seine Gegner machtlos nun befinden sich vermutlich keine Pokémon mehr auf dem Eisberg da sie evakuiert haben abgesehen von dreien Volnona dem Boten und Volnonas Schüler vielsagend blickte Sol zu Flamme welcher sofort antwortete ich sagte es jedoch Omegon wird alles andere tun als einfach warten hat schon jemanden geschickt und niemanden gegen die zwei normale Pokémon gewinnen können also Simsalah was glaubst du den können wir tun entweder ist Volnona wegen diesem Kerl weg oder er erwartet diese beiden ich stimme dir zu es ist eine sehr prekäre Lage und doch müssen die beiden dort hinauf selbst wenn es zu einer Konfrontation kommen sollte wie aus dem Nichts ließ Simsalah ein Gegenstand erscheinen einen Löffel Sollten sie einen Boten Omegons mit einem Löffel besiegen War das hier irgendeine Falade Nehmt diesen Gegenstand mit ihr zwei und versucht auf dem Eisberg wohl Nonas Schüler zu finden Sollte er noch dort sein Wenn ihr ihm mein Symbol zeigt Wird euch helfen Vielleicht könnt ihr mit ihm an eurer Seite etwas gegen den Boten ausrichten Mehr kann ich leider nicht direkt für euch tun außer euch den Weg zu beschreiben und euch eine Bleibe bis morgen zu organisieren Besser als nichts dachte sich Flamme ließ die Worte jedoch unausgesprochen während sein Bruder wie meist glücklich mit weniger war Das ist schon mehr als genug vielen Dank Du musst mir nicht danken junger Soll ist das Mindeste was ich auf euch nehmt Verbleibt erst einmal hier auf dem Platz Ich stoße in wenigen Minuten wieder zu euch Dann werde ich euch den Weg zu eurer heutigen Bleibe zeigen Ohne überhaupt auf eine weitere Antwort zu warten legte er den Löffel vor Soll ab welcher ihn an seinen Bruder weiter gab und ging in Richtung Norden Gengar verblieb noch für einen Moment mit den Brüdern doch mehr als einen Moment wollte er dann doch nicht mehr bleiben Also dann hab euch wohl doch mehr geholfen als gedacht weil euch irgendwas hier von überhaupt hilft Aber wenn ihr wirklich so dringend weiter müsst Eine Sache Ich gebe euch einen gut gemeinten Rat Wohle das Schüler ist stark Aber das waren noch seine Qualitäten Er sollte nicht am Eisberg sein Es steht ihm nicht zu Überlegt euch lieber zweimal wie ihr vertraut Was zur Hölle heißt Er sollte nicht am Eisberg sein Äh Wenn ich euch das verrate wird wohl nur noch mir die Hölle heiß machen Also Ich gehe Na super Also wäre ihr nächster Begleiter wohl jemand dem man nicht trauen könnte Andererseits wenn Flamme irgendwem hier nicht vertraute Dann Gengar Es konnte sowohl er ein gutes Zeichen sein wenn er schlecht über wohl nur das Schüler sprach Aber egal Das war ein Ding der Zukunft Zunächst einmal warteten die Brüder auf Simsalas Rückkehr Welche nicht lange auf sich warten ließ Wieder aus dem Norden kehrte er zurück Von einem Ort der aus der Ferne aussah wie eine Art Teig Das war aber hoffentlich nicht wo er erwartete dass sie übernachteten Der Wille zählt hin oder her Feuer Pokémon dorthin zu schicken wäre Folter Allerdings zeigte sich schnell dass Flamme hier etwas vor Schnellschlüsse zog Also ihr beiden ich habe mich mit dem ältesten hier am Ort beraten und nun wir mussten feststellen dass es hier etwas an Unterkünften mangelt und die meisten Lebensräume sind weit weg und voll besetzt gleichermaßen Allerdings wollen wir euch nicht weg schicken Gerade wenn Villona euch dringend sehen will Deswegen haben wir uns auf eine sehr ungewöhnliche Lösung geeignet Nun ein Haus steht hier frei Allerdings schon seit einer Weile Ich hoffe es stört euch nicht dass es nicht zu sauber ist Ihr könnt für heute im Haus unserer alten Helden unterkommen Nun zumindest wussten die beiden Brüder bereits wo sie dieses Gebäude finden konnten Trotzdem erschien das ganze Flamme sehr seltsam War dieses Haus für die Bewohner dieses Ortes nicht so etwas wie ein Relikt Eine Erinnerung an jene die einst diese gesamte Welt vor dem Untergang bewahrten Einfach alles in allem Kein Haus in dem man Fremde übernachten lässt Wie passte das alles zusammen Ein seltsames Gefühl überkam das Wohl Pix Simsalah sprach immer in höchsten Tönen über Wohl Nona Und wer konnte schon sagen wie viel er über den Krieg der Welten Bäume und die Bestimmung von ihm und seinem Bruder wusste Konnte es wirklich sein dass diese Option nicht aus reiner Hilfsbereitschaft offen stand sondern weil dieses Pokémon wahrlich glaubte dass die beiden Pokémon des Walddorfes Helden wären natürlich waren sie auserwählt und hatten eine große Aufgabe aber das war doch nicht was Heldentum war oder müsste ein Held nicht ehrlich sein stark furchtlos sich für seine Ideale erheben wenn Gefahr bestand müsste ein Held nicht selbstlos sein all dies war Flamme doch nicht er war ein schwaches scheinbar wahnsinniges Wulpix das sich auf die Reise gemacht hatte in der Hoffnung genug Glück zum Siegen zu haben was er nur wollte damit er danach seine Ruhe hatte was er hatte war weniger Heldenmut als Übermut Flamme war vieles aber doch kein Held und doch so schien es nun gab es Pokémon die dran glaubten dass er einer war und damit müsste er klarkommen so wenig er es wollte solche Situation waren es in denen sich das Wulpix wünschte so simpel gestrickt zu sein wie soll auch wenn er es nach außen hin nicht zeigt spürte Flamme genau wie das Fulcano beim Gedanken dass sie auf eine Stufe mit alten Helden gesetzt würden vor stolz fast platzte aber vermutlich auch mit recht war das der Grund weshalb überhaupt beide Brüder auserwählt waren Flamme hatte Inferno der von Nöten sein würde und soll der jenige der nun mal ein ein tatsächlicher Held war natürlich nicht die Stimme in seinem Kopf ließ Flamme aufschrecken doch er wusste dass er sich vielleicht nicht allzu viel anmerken lassen sollte jedenfalls nicht nach außen zu den beiden Anwesenden allerdings wusste er ja dass seine Worte auch nicht gesprochen sein mussten damit Inferno sie verstand warum nicht sieh mich doch mal an ich bin schon damit überfordert mich selbst zu kontrollieren das einzig besondere an mir bist du ich habe es dir schon oft genug gesagt wir sind dasselbe wesen das besondere bin ich aber du bist ich das Problem bist nicht du deine Kraft dein Potenzial das Problem ist dass du es alles nicht entfalten kannst da die Last deiner Seele dich bremst deswegen müssen wir handeln wenn du auf deiner Reise zu dir selber finden kannst dann wirst du sehen wie auch du ein Held sein kannst und wie Heldentum nicht schwarz weiß ist wie du es beschreibst sieh dir doch einmal die Geschichte der Welt an die ihr zerstören wollt den Götterboten ein Pokémon welches sie alle dort für Jahrhunderte verachteten einen dunklen Gott schimpften durch ihn sind hunderte tausende ja aber tausende ums Leben gekommen und am Ende hat er sein Ziel nicht einmal erfüllt und ist gescheitert was denkst du denn ist da kein Held oder nicht natürlich ist er das aber er hat sich in finsteren Zeiten erhoben alles gegeben um seine Ideale und Heimat zu verteidigen bis zum letzten Atemzug gekämpft und seinem Leben einem Zweck gewidmet bekämpft für alle außer sich selber so bin ich nicht ich kämpfe um am Ende dieser Reise Frieden zu finden mit viel Glück durch unseren Sieg wahrscheinlich aber nicht tot sein werde weißt du ich hoffe wirklich dass du diesem Pokémon irgendwann begegnen du und Darkrai er soll euch ähnlicher als ihr vielleicht denkt er würde euch bestimmt gut verstehen und könnte dann zu zwei Trübsal blasen oder sowas wenn du ihn fragen würdest würde Darkrai dir auch sagen dass er kein Held sei und dir würde er vermutlich sagen dass du einer bist weißt du was du wirklich mehr brauchst Selbstbewusstsein du benimmst dich als würde soll losziehen um Kriege zu gewinnen und wirst lernen es ist anders herum du kannst gegen Gegner bezwingen und du brauchst dafür niemanden du spürst es selber tief im inneren ich weiß es du bist wie immer optimistischer als du sein solltest dann sag mir wie soll ich wo ich doch so toll bin jetzt Lunala finden Omegon war schneller er hat einen Boden auf den Eisbeck geschickt und nur da können wir die Information bekommen du redest als könnte ich Omegon stürzen dabei schaffe ich es nicht einmal in seinen Weltenbaum oh doch das wirst du wenn Omegon jemanden schickt um dich aufzuhalten dann musst du eben zeigen dass das unmöglich ist kein Bote kann deine Mission stoppen nicht einmal Omegon selber könnte das Kapitel 6 am Ende des Weges Flamme bist du da wenn du wieder das Kraut brauchst dann sag was das Wulpix bemerkte wie sein Bruder ihn besorgt und Simsalah ihn verwirrt anstarrte er war vertieft in sein Gespräch mit seiner inneren Stimme gewesen hatte dabei aber ausgeblendet dass um ihn herum die Welt auch weiter ihren Lauf nimmt und Simsalah immer noch auf eine Reaktion auf sein Angebot wartete äh nein alles gut ich bin etwas abgedriftet diese Antwort schien alles andere zu sein als das was soll hören wollte vermutlich glaubte er durchaus dass es wieder mit dem inneren Wahn zusammen hing aber letztlich konnte es Flamme doch auch egal sein was sein Bruder über ihn dachte Nun also dann wie Solme schon berichtet hat habt ihr eure heutige Bleibe bereits vorhin gesehen also muss ich euch nicht hin bringen sollt jemand fragen weshalb ihr dort seid zeigt ihnen einfach das Zeichen dass Ratschlag zuteil werden lassen ob diese Ratschläge wirklich so hilfreich wären aber Flamme sparte sich den Kommentar immerhin bekam sie so Hilfe und ein Dach überm Kopf für die Nacht etwas wovon er erwartete dass sie es noch oft auf dieser Reise nicht haben würden soll verabschiedete sich von simsala und die beiden brüder machten sich wieder auf die kurze strecke zum komischen haus zurück zu legen dort angekommen zögerte das vulkanu kurz während flammes schlicht eintrat simsala hatte sie darüber vorgewarnt dass dieses haus schon eine weile nicht mehr bewohnt war das vulpix hatte aber deutlich unterschätzt wie lange hier niemand mehr sauber gemacht hatte ein einzelnes strohbett lag auf dem boden zumindest war dies wohl einmal stroh gewesen die halme wirkten so verrottet dass sie selbst als dünger nicht mehr helfen konnten möbel gab es kaum an diesem ort und was es gab musste man unter zentimetern an staub erst mal solche erkennen ich verstehe schon warum die pokémon hier nur die größten ausnahmen jemals reinlassen nicht weil das haus irgendein relikt ist sondern weil das jemandem zumuten kann hier sollen wir schlafen sei doch mal dankbar würdest lieber an der freien luft schlafen angeekel angeekelst stupste flamme das vergammelte stroh leicht mit der pfote an bevor er sie wieder weg zog ja draußen ist das gras frischer und ziehen tut es sowieso wenn es nicht nach regen aussieht dann ist es draußen deutlich angenehmer dann schlaf halt draußen während er diese worte sprach legte soll sich bereits ein Stück neben dem vergammelten stroh auf den Boden um zu schlafen das könnte ich aber ich bin sowieso dafür dass wir weiter reisen wir wissen wohin wir sollen und haben diesen löffel wir brauchen ja nichts mehr jede minute die wir hier noch bleiben ist verschwendete zeit wie auf dieser reise beinahe als regel schien soll die meinung seines bruders nicht zu teilen ich weiß ja nicht wie es dir geht ob dir deine drogen da teil brauche eine pause und etwas schlaf außerdem wäre es schwachsinnig abzuziehen simsala erwartet uns morgen früh und kann uns vermutlich noch mehr helfen als ohnehin schon stimmt ich hätte nicht verzichten können obwohl nun erst wissen wir von ganger und simsala hat uns ein paar halt gare weisheiten erzählt und erklärt dass wir sowieso nur scheitern können und uns einen beschissenen en löffel in die pfote gedrückt wenn wir morgen da nicht hingehen verpassen wir vielleicht unsere chance auf eine großartige plastik gabel und den hinweis wo ein eisberg ist wer hat ich von dieser reise eigentlich nie bemerkt was für ein arrogantes arschloch du bist als er diese worte vernahm schockierte es flamme selbst als er feststellte wie wenig die meinung seines bruders ihn eigentlich interessierte was er dachte war ihm scheiß egal wenn du das denkst eigentlich erfüllt simsalaya nur ein mindest soll diese pokémon müssten uns dankbar sein sind nicht diejenigen die sich in einen schier ungewinnbaren krieg stürzen um all ihre welten bäume zu retten oder es zumindest zu versuchen die meisten pokémon wissen ja nicht einmal was wirklich was wir wirklich tun und selbst die jenigen die es wissen sind nicht verpflichtend irgendwas für uns zu tun was du nicht derjenige der mich immer beschimpft hat zu unserem vater aufzublicken bevor das valkandorf war ein solches selbstverständnis und die überzeugung dass dir für deine taten ein lohngebiet ist doch genau was er immer getan hat und was sie am ende über das ziel hat hinausschießen lassen siehst du denn deine eigene doppel moral nicht wir sind noch nicht einmal lang unterwegs und du verhältst dich so anders so viel arroganter ich glaube das wissen dass du für etwas erwählt bist steigt der zu kopf du versuchst schlüsse zu ziehen ohne mich zu verstehen du verstehst nicht weshalb ich überhaupt auserwählt bin und vor allem scheinbar nicht dass ich es nicht sein will du denkst nur so wie du es tust weil du auf diese reise gehen willst es freiwillig machst ich wurde hier im prinzip einfach ohne jede chance zum einspruch mit reingezogen und darf jetzt durch fremde welten reisen um götter zu bekämpfen wenn ich eigentlich viel lieber ein normales kriegerleben im dorf führen würde tatsächlich schien es als würden diese worte etwas mehr verständnis in soll freisetzen immerhin wusste auch dieser dass es stimmte er konnte bisher fast alles genießen was auf dieser reise geschehen war er konnte orte bereisen die fast allen pokémon die er kannte auf ewig fremd bleiben würden er konnte neue erfahrungen machen sich einsetzen für etwas was ihm wichtig war für ihn war die reise das ziel vielleicht würde er auf der reise etwas finden was ihn für immer verändern könnte und er war bereit alles davon zu erleben und eines tages zurück in seine heimat zu kennen und dort allen zu erzählen ihn von dem zu berichten was in weiter fremde lag und an allererster stelle wollte er überhaupt eine heimat haben in welcher er zurückkehren könnte und doch entschuldigte dies in seinen augen nicht die flamme sich gegenüber den pokémon um ihn herum verhielt so so wenig er diese reise auch wollte und so schwer er ohnehin schon belastet war es gab keinen grund diese negativität an unschuldigen auszulassen ja das verstehe ich aber bei freundlichkeit geht es nicht nur um dich die pokémon um irgendjemanden individuell flamme ich weiß dass es für dich schwierig genug ist aber wenn du so weitermachst wirst du eines tages einen punkt erreichen an dem du dir gewünscht hättest du hättest dir freunde gemacht und keine feinde am ende des weges wirst du harmonie brauchen und nicht nur dich selber die worte waren gut gemeint und kam weniger gut an erspar mir deine moral vorträge du verstehst nicht mich und weißt nicht warum ich erwählt bin na gut wenn du nichts einsehen willst da bleibt mir aber immer noch der Punkt dass wir Ruhe brauchen ob du drin oder draußen schläfst ist deine Sache aber den schlaf brauchst du soll erwartete eigentlich einen weiteren einspruch doch tatsächlich schien flamme müde oder gelangweilt genug zu sein um sich dem zu schade zu schade schade zu stattdessen ließ er sich ein gutes stück von soll entfernt nieder sichtlich genervt und versuchte Ruhe zu finden sie waren inzwischen in einer fremden welt angekommen hatten einen wegweiser in omegons heim gefunden doch wie sollte all dies nur weiter gehen die beiden brüder waren nie distanzierter voneinander flamme schien mehr und mehr abzudriften wohin wollte soll sich gar nicht vorstellen an dieser reise sollten sie wachsen doch außer auseinander wuchsen die beiden derzeit nicht das ziel kam näher der erfolg schien ferner denn je aber vielleicht könnten sich die dinge ja noch drehen eventuell durch einen neuen begleiter doch auch hier war so pessimistisch nachdem bereits das erstmögliche pokémon seine missgunst gegenüber dieses pokémon geäußert hatte der nächste morgen brach an nach was sich für flamme anfühlte wie eine ewigkeit heute würden sie hoffentlich besser vorankommen auch wenn das vulpix sich keine großen ziele setzte die wahrscheinlichkeit dass sie den iceback überhaupt innerhalb eines tages erreichen würden schätzte er gegen null ein aber zumindest in die nähe kommen wollte er und das würde er funktionieren würde sollen nicht darauf beharren noch einmal simsalat zu treffen nur weil der sie dazu eingeladen hatte dankbarkeit hin oder her wie konnte das psycho pokémon selber den sinn darin erkennen wirklich weiterhelfen konnte er dem team offensichtlich nicht und ihn zeit zu stehlen würde seine heimat wahrlich nicht retten aber alleine reisen konnte flamme auch schlecht also augen zu und durch wie bereits erwartet erwartete das pokémon die beiden brüder bereits obwohl die sonne noch nicht einmal aufgegangen war flamme konnte sich durchaus vorstellt dass der kerl die ganze nacht dagestanden hatte aber es war nicht das problem des wohl piks guten morgen ihr beiden ehrlich gesagt bin ich überrascht euch zu sehen überrascht warum das denn du hast uns doch selber her gebeten trotzdem nahm ich an ihr würdet eure zeit eher für erholung und die reise nutzen anstatt euch noch einmal mit einem alten mon wie mir zu treffen aber ich bin froh dass ihr euch doch dafür entschieden habt vorbeizukommen flamme bemerkte durchaus den seitenblick seines bruders entschied sich aber ihn zu ignorieren und weshalb genau warum wolltest du uns doch überhaupt einmal sehen nun wenn ich ehrlich bin vor allen dingen um mich zu verabschieden anfangs zumindest dann dachte ich mir dass ihr nicht unbedingt darauf vorbereitet seid eine deutlich längere reise als bisher anzutreten von kämpfen ganz zu schweigen deswegen habe ich es als meine pflicht gesehen euch etwas ausrüstung und verpflegung für den weg zu organisieren ihr könnt eure sachen dort hinten abholen du denn so bereit, uns zu helfen, obwohl du uns erst seit gestern kennst? Oder anders gefragt. Wie viel weißt du über die Prophezeiung? Über uns? Ach ja, die Prophezeiung. Nun, ehrlich gesagt, weiß ich nicht sonderlich viel darüber. Es hängt mit dem Krieg unseres Weltenbaumes zusammen. Dem bin ich mir bewusst. Aber der Grund, aus dem ich von ihrer Bedeutung überzeugt bin, ist, dass wohl Nona mir schon vor vielen, vielen Jahren davon erzählte. So wie er aussieht, kannte sie die Prophezeiung schon, bevor ihr überhaupt geboren wart. Und auch der Götterbote schien involviert. Was genau vor euch liegt, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht mein zu wissen. Doch dass es hier um mehr geht, als nur eine kleine Reise, ist eindeutig. Und auch, dass es diese gesamte Welt umfasst, wollen sogar andere Welten als diese. Uns alle schließt es ein. Nur ihr bestreitet die Mission. Und das, obwohl ihr noch so jung seid. Es sollte für uns andere das Mindeste sein, euch auf der Reise zu unterstützen. Nun, warum hatte Flamme eigentlich gefragt, wenn die Antwort sowieso so eindeutig gewesen war? Der Alte fühlte sich zur Hilfe verpflichtet, weil er und sein Bruder die Drecksarbeit erledigten. Naja, zumindest hatte es letztlich doch noch einen Sinn gemacht, hier aufzukreuzen. Also dann, es wird Zeit, für euch beide aufzubrechen. Reist nach Nordosten. Der Weg zum Eisberg ist ausgeschildert. Und passt auf. Ihr wisst, dass ihr erwartet werdet. Das tun wir. Aber ich bin sicher, wenn wir wohl nur das Schüler noch bei uns haben, kann uns niemand aufhalten. Zum ersten Mal verdüsterte sich Simsalas Blick. Unterschätze die Lage nicht. Wenn Omegon jemanden schickt, dann ist es sehr ernst. Omegon macht sich nie die Hände schmutzig. Doch er sucht sich jene, die es am besten für ihn tun. Jemand anderen schicken, um den eigenen Job zu erledigen. Die eigene Scheißarbeit. War das nicht auch nur, was die anderen Weltengeister taten? Kapitel 7 Der Schüler Nun also, nachdem mehr als genug Zeit vergangen war, machten sich die beiden Brüder also wirklich auf in Richtung des Eisberges. Die Reise sollte wohl tatsächlich nicht allzu anstrengend oder schwierig werden. Das meiste war schlichter Fußweg auf gefertigten Pfaden, wobei selbst Wegweiser jeden Zweifel über die Richtung beseitigten. Der Weg war lang, aber das war auch alles, was ihn schwierig machte. Und wenn eines kein Hindernis für zwei trainierte Krieger war, wäre es ein langer Laufweg. Somit verflog die Zeit relativ schnell, auch wenn es beinahe drei Tage dauerte, bis der Eisberg in der Ferne ins Blickfeld rückte. Kein Hindernis zeigte sich den Brüdern auf dem Weg. Doch wirklich damit gerechnet hatten sie ohnehin nicht. Das Hindernis wartete nur auf sie. Oben auf dem Eisberg. Omegon wusste genau, was er tat. Denn wie sollten zwei normale Pokémon auch ein Krieger bezwingen den Omegon für fekel er macht sich nicht selber die Hände schmutzig. Wozu auch wenn andere das genauso gut können. Flamme war ohnehin bereits am Zweifeln gewesen. Doch seit Simsalas Gespräch war es extremer geworden denn je zuvor. Er konnte einfach nicht mehr ignorieren wie ähnlich sich die Prinzipien Omegons und die der anderen Weltengeister waren. Omegon war feige da er nicht selber in den Kampf stritt die anderen Weltengeister klug für dasselbe war dieser ganze Krieg nicht nur ein Streit zwischen fünf Wesen in denen jedes andere Pokémon hereingezogen wurde und wobei all die anderen kämpften und litten natürlich natürlich konnte er deswegen nicht die Reise beenden letztlich ging es ja auch um seine Heimat doch trotzdem konnte das Wulpix nicht anders als die Hintergründe des ganzen zu hinterfragen die Luft wurde kühler mit jedem Schritt der getan wurde doch Feuer Pokémon störten sich hieran nicht der Eisberg erstreckte sich inzwischen vor ihnen in den Himmel doch obwohl von hier ohnehin keine Pokémon sichtbar sein könnten strahlte er bereits eine seltsame Einsamkeit aus die dieser Ort nicht haben sollte Gengar und Simsalah hatten bereits angekündigt dass eigentlich viele Pokémon dort lebten doch die meisten hatten sich entschieden zu fliehen als Omegons Krieger sein Antlitz gezeigt hatte natürlich war es für den Lebensraum als solchen schade aber für Flamme weniger Leute mit denen er sich abgeben müsste außerdem wäre es deutlich simpler wohl Nonas Schüler zu finden wenn man nicht erst herausfinden müsste welches von unzähligen Pokémon er denn war allerdings bestand eine gewisse Gefahr dass Omegons Krieger ihn entweder vor dem Schüler begegnete oder vielleicht eine schwierige Entscheidung bevorstehen würde was wenn Omegons Krieger sich als der Schüler ausgab niemand hat ihm irgendetwas über das Pokémon erzählt das ihm hier helfen würde aber andererseits vermutlich würde das Äußere schon genügend verraten der Schnee knirschte inzwischen unter Flammes Füßen der Boden verlor seine Ebenheit als es langsam aber stetig bergauf ging doch das Ziel war noch sehr weit entfernt wohl Nonas lebte auf der Bergspitze und jene war von dort wo sich die beiden Brüder befanden nicht einmal sichtbar da die Wolken tiefer hingen als der Berg sich erstreckte mit Glück würde ein ewig langer Aufstieg folgen bis hinauf zu den Wolken mit Pech war der Eisberg über der Wolkendecke noch nicht einmal halb am Ende angelangt aber auch hier war alles wie immer auf der Reise relativ egal durch mussten die beiden sowieso doch jedes letzte bisschen Sicherheit über ihren Pfad verließ Flamme schon bald als sie erste Spuren anderer Pokémon auf diesem Eisberg fanden denn diese Spuren waren alles andere als kleine Fußabdrücke die den Weg nach oben einschlugen die felsigen Wände einer kleinen Schlucht inmitten des Berges waren durchzogen von Spuren eines Kampfes ganze Felsen schienen gesplittert riesige Kratzer durchzogen andere der Schnee zeigte immer noch leichte Spuren von großen Fußabdrücken trotz des unabwendbar fallenden Schnees Teilweise fanden sich rote Spuren vermutlich Blut kombiniert mit weißen Fellfetzen und das ist alles die Schuld von dem Pokémon das Omega euch geschickt hat was du nicht sagst Inferno hast sonst noch irgendwelche tollen Tipps keine die dir gefallen würden was hast du erwartet dass Omega ein Wampel schicken würde nein aber ich versuche immer zu verstehen wie du denkst dass wir hier irgendetwas ausrichten könnten nun wenn du dich so umguckst siehst du dass es offenbar schon jemand geschafft hat einen Kampf zu liefern wenn am Ende auch erfolglos und wenn ich raten müsste dann würde ich sagen dass ihr genau dieses Pokémon gerade sucht Flamme realisierte die mögliche Wahrheit dieser Worte aber sie waren eher ein Graus als eine Ermunterung er starrte auf einen der rot befleckten Felsen und was wenn wir ihn nicht mehr finden können wenn wir zu spät dafür sind weil Omegons Krieger schneller war kurz folgte Stille doch auch eine schnelle Antwort äh damit will ich nicht rechnen weder wird der Schüler lebensmüde sein noch ist der Omegons Ziel wahrscheinlich hat er sich zurückgezogen als er gesehen hat dass sein Kampf verloren war und wenn nicht dann war er zu leichtsinnig als dass er je eine Hilfe hätte sein können gut also keine sinnvollen Tipps mehr Flamme wandte seinen Fokus wieder auf die Umgebung um sich und was machen wir jetzt was denkst du wir folgen den Spuren wer sollt hier gegen Omegons Krieger gekämpft haben wenn nicht wohl nur das Schüler wir müssen herausfinden woher er flohen ist und wie wir sind nicht zum Spuren lesen im Schnee trainiert worden und und jetzt erklärt er mir warum er mich sucht die Stimme ließ die beiden Brüder aufschrecken und aufblicken oberhalb der Schlucht auf einer der Wände stand ein Umriss mitten im Weg der Sonne sodass Flamme nicht erkennen konnte was für ein Pokémon es genau war gehörte ihr zu diesem Kerl Ohne zu antworten zog Flamme den Löffel Simsalas aus seiner Tasche das Pokémon sprang hinab von seiner Anhöhung landete jedoch etwas unsanft offensichtlich hatte er seine eigenen Verletzungen unterschätzt das Pokémon welches nun gegenüber der beiden Brüder stand überragte sie bei der größen technisch ein wenig der Körper des Vierbeiners war von weißem Fell überdeckt abgesehen von einem schwarzen Gesicht und einer schwarzen Sichel welche von seinem Kopf abstand verwirrt blickte dieses Pokémon Simsalas Symbol an Wollt ihr mich verarschen ist das ein Löffel soll mir das irgendetwas sagen siehst du soll Simsala hilft uns ein Scheißdreck warum soll dir ein Symbol in einem verdammten Löffel erkennen nun blickte das Absol den Gegenstand wieder genauer an sag das doch gleich morgen das Teil ist von Simsala er hat euch geschickt ich würde nicht geschickt sagen wir müssen wohl Nona sehen und er hat uns das Ding als Zeichen gegeben immer noch misstrauisch beäugte das Absol die Brüder irgendwo glaubte Flamme schon zu verstehen warum Pokémon dieses Pokémon nicht mögen würden und gleichzeitig machte er sich wohl die Hoffnung selber vielleicht mit ihm auskommen zu können ihr müsst wohl Nona sehen laut Simsala ich will euch ja nicht aufhalten aber ihr wisst dass das im Moment schwierig wird das ändert nichts daran dass wir es müssen und werden eigentlich glaubt dass du uns helfen könntest nun wandte das Unheils Pokémon seinen Blick kurz ab können und wollen das sind hier zwei dinge ich würde euch helfen aber bezweifle dass ich irgendwas machen kann seit Keldin Omegon hierher geschickt hat es mir definitiv eine Nummer zu hoch ich habe ja schon mal versucht gegen ihn zu kämpfen und und das Resultat seht ihr hier ja trotzdem kannst du es doch versuchen oder nicht ich meine ja aber glaubst du wirklich ich könnte etwas ausrichten gerade wo meine Verletzungen immer noch gerade erst am verheilen sind dann warten wir ihm ein paar Tage soll versuchte gar nicht erst seine Überraschung zu unterdrücken du willst warten mehrere Tage lang neulich warst du nicht einmal bereit eine Nacht zu warten nicht einmal für schlaf woher dieser sinneswandel noch ein treffen mit semsala hat von grund auf sehnlos gewirkt hier sehe ich schon eher eine Notwendigkeit ohne Hilfe kommen wir hier nicht weiter alles als wir zum Eisberg gekommen sind oder willst du diesmal weiter nein mich wundert nur dass du es nicht willst und bekomme ich auch noch ein Mitspracherecht bei der Sache nicht wirklich sagtest du würdest helfen wollen dafür brauchst aber noch etwas Zeit also warten wir ab und du hilfst uns so einfach ist das ist es das und ihr habt was vor in der Zeit einfach auf dem Eisberg rumrennen in der Hoffnung dass euch Omegons Kerl nicht über den Weg rennt mir scheint dass ihr einige Variablen überseht nun daran gab es nichts zu widersprechen denn im Prinzip war genau das was geschehen war aber bevor wir hier weiter reden wer zur Hölle seid ihr beiden dass Simsalah euch Zugang zu Wulnona gewähren möchte soll und flamme erster ist das vulkan und dort zweiter bin ich ach du mein als hätte ich nicht genug scheiße am hals dies war eine reaktion die flamme alles verriet was er wissen musste du kennst die sage wenn die zeit unvergangen wird werden sechs teile der flamme den sturz des himmels verhindern und eine neue ehre einleiten soll das wirklich heißen dass du damit gemeint warst wohl Nona hat jahrzehnte gewartet auf einen unentwickelten Artgenossen scheint so wenn sie etwas anderes erwartet hat Pech für sie also hast sonst irgendwelche ideen was wir machen könnten das Absol schien wirklich nicht zufrieden mit der Ausgangslage zu sein doch erkannte die Situation genau also es gibt zwei Möglichkeiten entweder gehen wir direkt weiter und hoffen dass wir irgendetwas ausrichten können wenn wir Omegons Krieger treffen oder er kommt erst einmal mit zu meinem Versteck ausnahms ausnahmsweise schien es hier wieder einmal um eine Entscheidung zu gehen bei welcher sich soll und Flamme nicht völlig widersprachen dann dann bringen es erstmal zum Versteck es hat keinen Sinn direkt weiter zu reisen davon gewinnt niemand etwas außer vielleicht Omegon und Konsorten na meinetwegen aber ich mache das nur weil ihr beiden Teil der Sage seid klar deine Motivation kann uns relativ scheißegal sein aber weißt du was mir nicht egal ist du hast uns schon ausgefragt aber dich selber gar nicht vorgestellt der Blick den Flamme welchen hierfür empfing schien zornig doch nur auf den ersten Blick anschließend entdeckte das Vulpix tatsächlich so etwas wie Amusement ich meine Unrecht hast du nicht aber viel vorzustellen habe ich ja auch nicht nennt mich Absol das reicht ohne auf weitere Fragen zu warten lief das Pokémon los offensichtlich erwartend dass die beiden Brüder ihm folgen würden was sie auch taten aber nicht ohne dabei weitere Fragen zu stellen warum muss es eigentlich ein Versteck errichten lässt dieses Pokémon dich nicht einmal mehr zu Nona reisen einerseits nein das tut er nicht andererseits ich lebe in dem Versteck ich meine soll ich nirgendwo leben nein aber ich dachte nur nun du bist wohl nur das Schüler lebst du nicht irgendwie auch in ihrer Höhle oder zumindest in der Nähe Oh Arzt nein danke nur weil ich hier Schüler bin lebe ich doch nicht da oben das fehlt mir gerade noch nicht einmal nachts Ruhe zu haben klingt nicht gerade als würdest du gut mit deiner Lehrerin auskommen versteh mich nicht falsch Flamme ich komme sehr gut mit wohl nur na klar sie ist eine gute Lehrerin und ich schulde ihr viel aber sie ist mir eine weise und versucht mir alles wissen zu vermitteln was sie hat sich von ihr unterrichten zu lassen ist anstrengend außerdem trotz allem bin ich Einzelgänger ich lebe und jage alleine du jagst was Hölle soll ich denn sonst hier oben auf dem Eisberg machen dir nach mit was bestellen kurz zum Laden gehen ich jage im Winter und im Sommer baue ich Nahrung an das nennt sich natürlich er Kreislauf ich schätze schon auf einem Eisberg reichen pflanzen wohl nicht alleine zur verpflegung ist das der grund warum dich die pokémon am pokémon platz nicht mögen dass du jagst als absolut diese worte hörte schreckt er kurz auf was sie da unten sagen ist scheißegal es liegt nicht an der jagd aber woran es liegt braucht euch nicht zu interessieren sie verstehen meine geschichte nicht sie verstehen mich nicht aber wer tut das schon kapitel 8 deine zukunft kurz schreckte flamme auf als diese antwort schnell und harsch folgte ohne sich zu entschuldigen drehte sich ab soll weg und folgte weiter seinem weg nun hier ging irgendetwas vor irgendetwas das auf mehr aufbaute als leichte meinungsverschiedenheiten irgendetwas tieferes ging mit diesem ab soll vor sich und doch trotz der sehr abwehrenden reaktion nein eher wegen der sehr abwehrenden reaktion spürte flamme sein vertrauen gegenüber dem pokémon sogar wachsen irgendetwas ging in ihm vor von dem sie nichts wussten er litt darunter fühlte sich nicht verstanden von niemandem aber gerade dies war der part welchen flamme verstand vielleicht war dieses absolut ihm wahrlich ähnlich und doch wusste flamme auch gerade wenn seine vermutung wirklich korrekt war dann würde einfaches reden dieses pokémon nicht zum vertrauen bringen wie auch wenn er selber es nicht tat selbst seinem bruder vertraute er nicht mehr wirklich und doch dieses absol wirkte anders er war es gewohnt dass niemand ihm vertraute und genau deshalb brauchte er nicht nach außen hin das freundliche hilfsbereite pokémon zu spielen welches er nicht sein wollte und irgendwie würde flamme diese los knacken aber zunächst folgte er dem schüler bloß gemeinsam mit seinem bruder ohne weitere worte diese waren eindeutig nicht erwünscht zumindest nicht von absol und zwischen den brüdern war kein gespräch von nöten nun zumindest nicht von flammes seite und soll wollte seine meinung nicht in höher weiter von vol nonas schüler preis geben der fußweg dauerte nicht lang nur noch rund 20 minuten nachdem das letzte gespräch geendet hatte und als die drei pokémon so am versteck ankamen zeigte sich dass versteck er ein spitzname für diesen ort war als eine akkurate beschreibung dass sich um eine recht offen in der gegend liegende höhle handelte in ihrem inneren fiel nicht viel licht herein stattdessen brannte ein winziges feuer welchem absolut etwas brennstoff hinzugab welches in der ecke des hohlraums lag also dann hier lebe ich meistens hoffentlich noch eine weile das kommt ganz drauf an wie die zukunft dieses orts mit omegons krieger aussieht zwar versuchte das unlicht pokémon einen ruhigen eindruck zu machen doch flamme sah genau wie sehr es ihn erleichterte sich endlich zu setzen da seine wunden ihm durchaus zu schaffen machten und ihr seid auch noch indirekt schulde an der ganzen scheiße was soll das jetzt auf einmal wir haben dir nichts getan habe ich das behauptet ich habe nur eine feststellung gemacht und willst du mal sagen dass ohne euch dieses ding hier wäre ich habe selber schon genug dinge indirekt verschuldet man lernt damit zu leben dass manche einfach verantwortlich machen was man nicht ändern kann ja das stimmt alles omegons schickt seinen krieger schließlich um uns zu stoppen also liegt es auch an uns ihn wieder los zu werden absol dafür brauchen wir deine hilfe auch informativer art du hast schon mal gegen ihn gekämpft was für ein pokémon ist denn dieser krieger wenn ich das wenigstens wüsste wie meinst du das du musst doch wissen was es für ein pokémon ist wer soll uns denn sonst helfen können bei dem thema niemand ich kann nicht wissen was er genau ist ein Riese sein auftritt als wäre er der tot selbst ein riesiges monstrum völlig verschleiert von seinem schwarzen gewand kämpfend mit sense und magie ich habe keine ahnung was unter dem umhang steckt ob dahinter überhaupt irgendwas steckt und dementsprechend habe ich auch keine ahnung ob der kerl irgendwelche schwächen hat diese offenbarung dass der feind anscheinend selbst über das bloße sein eines pokémon hinaus ging flamme konnte nicht damit umgehen wie sollten sie planen was sollten sie tun sie wussten nichts der feind scheinbar alles egal viel ändern tut das nicht wir sind ohnehin beides feuer pokémon spezialisiert auf unseren eigenen typen egal wo gegen dieser kerl stark oder schwach ist wir können unsere strategie auch nicht wechseln wenn wir es wüssten natürlich könnten wir das wir müssten ob schnelle und schwache angriffe benötigen wie gegen ein resistentes pokémon oder langsame starke für die ein feuer schwaches pokémon uns nicht strafen könnte außer müssen wir doch wissen was genau der feindpotenzial alles beherrschen könnte noch dazu brauchen wir jetzt komm runter flamme was bringt die ganze aufregung bringt sie dich im kampf weiter auf der reise nein dachte ich mir also ist sie sinnlos zumal ich sowieso bezweifle dass euer eidimensional erlerntes kämpfen von typen vor und nachteilen in einem kampf gegen einen krieger omega und seine große rolle spielt ich würde sagen heute steht rasten an morgen können wir planen unter relativem aufwand erhob sich absol wieder also dann ich gehe jagen bleib einfach hier riskiert nicht da draußen in irgendjemand rein zu rennen den ihr noch nicht treffen wollt willst du wirklich jagen gehen du bist verletzt glaub nicht dass ich nicht merke dass dir das laufen schwer genug fällt wir haben von simsala genug Vorrat für eine Weile erhalten du kannst etwas von uns haben kurz blickte das unlicht pokémon flamme an eine mischung aus amizement aber auch abscheu in seinen augen was genau ihr in euch reinstopft ist mir scheißegal aber wenn du glaubst meine limits zu kenn hast du unrecht ich gehe jagen denn fraß hat simsala vermutlich sowieso von keckleon wenn ihr mal richtige nahrung gehabt hättet würdet ihr so Weinzeuge auch nicht mehr freiwillig anfassen ich würde euch eine runde ausgeben aber andererseits habe ich keine lust ewig zu jagen andererseits bezweifle ich dass ihr überhaupt annehmen würdet da hast du recht weil nicht jeder so krank sein kann 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 die ball ist muss als richtige nahrung zu betiteln offensichtlich unberührt von dieser aussage verließ absolut schlicht schulterzucken seine Höhne so dass die brüder wieder einmal zu zweit verblieben ich sage es wirklich ungern aber diesmal muss ich deiner sonst so misstrauisch pessimistischen art zustimmen wir sollten uns überlegen wie dringend wir so eine hilfe wirklich brauchen dann überleg du das mal ich esse jetzt was geschlafen und morgen überlegen wir uns dann den schlacht plan genau wie absol vorgeschlagen hat und überlegen wir uns den schlacht plan oder willst du diesen kannibalen dabei haben so wie ich diese frage heraushöre gebe ich direkt die gegenfrage zurück überlegen wir uns den schlacht plan oder verzichten absolut ich dabei auf dich für einen moment kehrte stille ein bloß ein vielsagender blick und das knistern des feuers durchzogen die höhle jetzt willst du mich aber noch verarschen oder du kannst dich doch nicht unironisch schweige an simsalat zu vertrauen aber dem da schon hast du das mon mal angeguckt der ein wie er mit uns spricht hier ist absolut will gar nicht dass wir ihm überhaupt vertrauen und wenn man nicht so eindimensional draufblickt wie du dann ist gerade das der grund simsalat hat sich schlicht endlos mühe gegen unser vertrauen zu gewinnen und warum man kämpft nicht für vertrauen ohne einen hinter gedanken ich sag dir eins ich kann diese reise nicht allein antreten das weiß ich aber diesem kerl dürfen wir nicht vertrauen wo bringt uns das sonst am ende hin in sein frühstücks buffet oder wenn du so sehr auf diesen punkt herumreiten willst dann sag mir was du in unserer kriegerausbildung gelernt hast kannst du nicht selber jagen natürlich aber nicht um pokémon zu töten jagen so einen krieger nur wenn es keine andere wahl mehr gibt und dann nur so viel wie nötig nur wild pokémon und keine jungen wir haben strikte regeln und diese regeln basieren auf normaler moral gut jetzt wo du mir so säuberlich alle regeln aufgezählt hast dann sagt mir welche davon absoll zu brechen scheint er lebt auf einem eisberg tag und nacht keine nahrung zum leben unter anderen bedingungen scheint mir eigentlich ein recht guter grund der auch als notfall durchgehen sollte und die anderen regeln du weißt woher dass er davon irgendeine bricht auf diese Frage folgte keine antwort offensichtlicherweise denn woher sollte soll diese auch nehmen wenn es keine gab gut dann haben wir das wohl auch geklärt also dann ich ruhe mich aus wenn du nicht weigerst morgen früh noch hier zu sein dann tu das ich bevorzuge allerdings einen schlafplatz und kompetente Hilfe eindeutig wollte soll hierauf noch etwas erwidern entschied sich jedoch letztlich dagegen wissend dass es keinen zweck hätte sie waren sich nur wieder einmal einig sich nicht einig zu sein so brach die nacht langsam herein das feuer nur noch leise knisternd während die welt herum erstummt schien flamme war eingeschlafen noch bevor absolut zurückgekehrt war und in eben jenem schlaf fand er sich an einem alt bekannten ort wieder inferno wollte wohl reden wieder erstreckte sich der see dieses mal jedoch war der besucher bereit sicher näherte er sich dem see an und trank einen schluck sodass wieder kleine wellen das wasser durchzogen und das abbild des vulpics wandelte sich sofort allerdings wirkte es etwas schwächer als letztes mal der umriss war schlicht nicht so farbenfroh wirkte leicht durchsichtig du lässt dich also auch wieder einmal hier blicken falls du erst bewusst ist ich weiß nicht wie ich herkommen kann das ist es weil ich dich dafür herbringen muss du könntest mir das ganze nur einfacher machen unsere verbindung war schon mal besser weißt du flamme antwortete zwar nicht doch er ahnte bereits völlig was als nächstes kommen würde du hast die lösung für all deine probleme wie aus dem nichts geschenkt bekommen und entscheidest dich sie einfach nicht zu nutzen ist dir die ganze scheiße sonst sonst zu einfach weißt du was auch einfach wäre dieses gespräch nicht noch einmal zu führen ich nutze das zeug wenn ich die nötigkeit verspüre und das tue ich im moment nicht dann lernen wir daraus dass dein fühlen in diesem bereich nicht ausreichend ist du siehst mich kaum und das ist der punkt hier nahm allerdings das gespräch eine wendung ausnahmsweise ging der streit nämlich nicht weiter sondern flamme wechselte indirekt das thema was ändert es überhaupt ob ich das zeug nehme oder nicht sagt wie wir an omegans krieger vorbeikommen sollen ab solide ihn beschrieben wie den tod persönlich und planen wir den kampf auch kaum wir wissen nichts außer dass wir vermutlich machtlos sind der Ausdruck der Spiegelung des Wassers wandelte sich du weißt nicht wie es weitergehen soll nun natürlich ist das Hindernis scheinbar unüberwindbar aber genau das macht es doch erst spaßig wenn der Weg einfach wäre wäre es das Ziel nicht wert und wenn der Weg unbegehbar ist kurz kehrte Stille ein und Flamme sah wie sein Abbild einen kleinen Kreis lief bevor er zurück in die Ursprungsposition kam also Flamme wo siehst du dich in der Zukunft zurück in deiner Heimat was sind deine Wünsche ein ruhiges Leben im Dorf deinen Kriegerpflichten folgend vielleicht eine Partnerin an deiner Seite kannst du doch stattdessen einen Partner suchen wenn das eher dein Fall ist das ist mir scheißegal und meine Zukunft ist dir doch auch genauso egal warum fragst du also selbst wenn sie das wäre ist sie dir egal natürlich nicht du handelst aber so der einzige Weg der Misserfolg garantiert ist es nicht zu versuchen jedes Mal wenn du den Mund öffnest kommt nichts heraus als Zweifel und Pessimismus lass dir eins gesagt sein was genau dir träumst ist allein deine Sache es ist deine Zukunft und für diese Zukunft kämpfst du hier und jetzt du suchst nach etwas was dich glücklich macht du kannst es nicht erfüllen wenn deine Heimat ausstirbt ich kann dich nicht zu irgendwelchen Handlungen zwingen jede Entscheidung die du triffst ist allein deine ich bin nur ein Teil von dir aber es muss mich auch nicht groß stören wenn du scheiterst denk nur daran es ist deine Zukunft die zerbricht Kapitel 9 alte Tradition die Sonne schien bereits durch den Höhleneingang inmitten auf die rußigen Reste von dem was einst ein Lagerfeuer war Flamme erwachte als das Licht auch auf ihn fiel und sein Fell wärmte zumindest ein wenig nun erwacht blickte das Wulpix sich um und stellte fest dass Absol inzwischen wieder gekehrt war nicht als wäre das eine Überraschung wie er bereits angedeutet hatte hatte auch soll sich nicht dazu bringen können die anderen beiden zurückzulassen trotzdem hatte er sich möglichst nah an den Höhleneingang begeben sein Pech wenn er lieber im Kalten lag Absol saß an der exakt gegenüberliegenden Wand zum Eingang dort wo es noch recht düster war und schien gerade sein Frühstück zu haben zunächst überlegte Flamme ob er sich den Anblick überhaupt antun sollte aber letztlich siegte die Neugier und sind das Bären ich dachte du wärst Jäger oder war jede andere Beute zu schnell natürlich war die Frage ziemlich provokant aber sie war auch berechnet Sol war ebenfalls wach und Flamme wollte damit eine bestimmte Antwort heraufbeschwören ich brauch keine andere Beute wenn sich Bären finden lassen ich hatte Glück im Winter sind sie sehr selten und wenn es sie gibt finden Beute Pokémon sie schneller aber unabhängig davon was ihr denkt ich jage nur wenn es nötig ist es nennt sich der Kreislauf der Natur ich weiß ich hab daran nicht bezweifelt aber jemand anderes schon wissend blickte das Wulpix zu seinem Bruder der gereizt zurückblickte ach darum ging's wie gesagt mir ist egal was ihr von mir denkt und was nicht ich hab schon lange aufgegeben das Vertrauen von Pokémon gewinnen zu wollen ihr wollt meine Hilfe ich kann euch helfen und gewinne gleichzeitig selber davon das ist alles worauf diese Zusammenarbeit beruht trotzdem funktioniert eine Zusammenarbeit besser wenn Vertrauen herrscht vor allem wenn Misstrauen keinen Grund hätte so etwas wie kein Grund gibt es nicht wenn ein Mon einbraucht findet das auch ein egal wie und wo ich kenn euch beide seit gestern und könnt euch theoretisch schon je mindestens vier Gründe aufzählen warum ihr nicht vertrauenswürdig seid das mach ich aber nicht ich bin besser als die Mon am Platz sind nicht die Gründe wichtiger die man hat um jemandem zu vertrauen als die es nicht zu tun im Prinzip verstehe ich was du meinst aber ich widerspreche mit dieser Einstellung kann man selbst jemanden wie Omegon als vertrauenswürdig betiteln es gibt keine Pokémon oder auch sonst nichts lebendes ohne gute Seiten aber genauso wenig ohne schlechte es kommt auf mehr an was kann es einem bringen jemanden zu vertrauen und wie kann es schaden wie viele Gründe für und gegen das Vertrauen gibt es und man sollte nie das Bauchgefühl vergessen es gibt wenig bessere Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit Absol blickte amüsiert auf als diese Erklärung ihr Ende fanden man könnte was meinen du würdest dich als der nächste Weise vom Iceback bewerben wollen du redest zumindest anscheinend ähnlich gern wie wohl Nona außerdem weißt du wie man schlau klingt unabhängig davon wie sehr ich dem Inhalt zustimme oder nicht vielleicht solltest du den Job übernehmen und ich kümmer mich stattdessen um die Prophezeiung wahrscheinlich ist dann jeder glücklicher soll das eine Andeutung daran sein dass ich nicht für die Prophezeiung geeignet bin ob du das bist weiß ich nicht aber wohl Nona kannst du nachmachen außerdem wäre dann jemand derselben Spez ihr Nachfolger allein das würde vielen wohl schon deutlich besser gefallen als gewohner dass der nächste weise des Eisbergs nicht derselben Spezies angehören sollte wie die weise in Vulnona die meisten in der Gegend sehen eine Spezies und geben mir eine Rolle im System ich habe schon eine Bestimmung daran verloren als wäre ich geboren wurde noch eine lasse ich mir nicht weiter zu fragen aber sein Bruder hatte offensichtlich weniger Empathie gehabt und Absold schien sich sehr unsicher was er hier als Antwort geben sollte sein Blick schweifte nur in die Leere als er scheinbar nach Worten suchte es fühlte sich an wie Stunden weitere Stille bis Absold in weiteres fühlbar schmerzhaftes Gelächter ausbrach kein Absold schön wär's sie waren wohl eher zu darauf fokussiert an Absold zu wollen sie haben doch alle keine Ahnung nur wegen ihrer beschissenen Tradition wer nicht reinpasst kann gehen und wer reinpasst darf nicht er selber bleiben und dann wundern sie sich dass ich sie alle hasse dass ich lieber ein Einzelgänger bin dass ich mich ihnen nicht anpasse nachdem sie mir die Chance dazu geben wollten aber das hält mich nicht davon ab meinem Weg zu folgen so sehr sie wollen dass ich ihn nie finde soll soll fühlte sich sichtlich nicht sonderlich wohl als er diesem kleinen monolog zuhörte teils auch da er wusste dass er offensichtlich recht unschöne erinnerungen wieder geweckt hatte was wollen sie dagegen tun sich beschweren für mich klingt das nach ihrem scheiß problem und das braucht dich nicht zu stören du machst dein Kram und die mon gehen dahin wo der pfeffer wächst überrascht blickte ab soll auf scheinbar nicht ganz sicher ob flamme gerade versucht ihn zu beruhigen oder zu verarschen was anderes hast du selber auch nicht gesagt oder was also was bringt es ewig der vergangenheit nachzuhängen wenn man stattdessen auch gucken kann dass man die zukunft neu gestaltet und wenn es nur darum geht dass man die anderen stört es gibt wenig besseres als Erfolg denn andere den andere begründen die wollen dass man scheitert immer noch schien ab soll nicht ganz sicher was er denken sollte aber entschied sich für Optimismus schließlich hatte er selber gerade erst erklärt man schauen jemandem zu vertrauen und bisher war Flamme überraschend oft auf der Seite Absurds gestanden wenn es zu diesen Konfrontationen kam nun da ist was dran trotzdem entschied er sich dass er dieses Thema schnell abhaken wollte mit seinem Ausbruch hatte er bereits mehr verraten als gewollt das Thema nun zu wechseln war vor allen Dingen Schadens Begrenzung aber wo wir von denen reden die wollen dass wir scheitern wir sollten wohl einen Plan machen wie genau wir gegen Omegons Krieger vorgehen ohne Wissen über die Lage zumindest in meinen Augen haben wir dabei drei Möglichkeiten wir können einfach in den Kampf rennen können versuchen den Kampf durch Strategie zu gewinnen oder wir versuchen ihn komplett abzuwenden erstere wäre die dümmste letztere die unwahrscheinlichste Option Nun es gibt auch eine vierte Option aber keine die wir in Anspruch nehmen sollten wenn es irgendwie anders geht auch Soll wirkte interessiert also Absol du solltest vielleicht wissen was du in meiner Umgebung für Risiken eingehst seitdem diese Reise begonnen hat tut sich in meinem Verstand vieles was ich selber nicht verstehe und dafür habe ich ein starkes Kraut das mich beruhigt aber in extrem Stress verliere ich Kontrolle das klingt ehrlich gesagt wenig glaubwürdig aber es stimmt nun wenn man es so formulieren will wie Flamme er ist schon einmal aus der Kontrolle geraten und hat danach jeden angegriffen den er gesehen hat aber was hat das ganze mit dem kommenden Kampf zu tun ich habe inzwischen Telithium um die Kontrolle zu wahren aber vielleicht wenn es zum äußersten kommt sollte ich vielleicht bewusst verzichten und den Wahn übernehmen lassen er kämpft gegen alles und jeden wir könnten ihn als Waffe nutzen gegen Omegons Krieger denn so sehr ich es hasse wenn ich nicht ich selber bin bin ich deutlich stärker die anderen Anwesenden hüllten sich in Stille soll durch extreme Unsicherheit ab soll da er nicht sicher schien wie viel davon er überhaupt glauben sollte die Stille hielt jedoch nicht lange an ich glaube ehrlich gesagt nicht dass wir uns auf so etwas einlassen sollten das hört sich weniger sicher an auf etwas zu vertrauen das niemand von uns kontrollieren kann ich ich meine indirekt können wir das inzwischen eben durch dieses kraut und das wollt ihr wirklich nutzen euch ist klar was telitium für ein kraut ist oder ja eins das ich nur freiwillig nutze wenn es keinen weg daran vorbei gibt aber du verstehst die lage nicht ich meine wie auch ich tue das selber kaum naja also egal wie man es dreht und wendet ich halte es für eine deutlich gesündere idee eine der anderen methoden zu nutzen du hast aber selber schon gesagt einem kampf aus dem weg zu gehen wird vermutlich unmöglich und plan ebenfalls während sol und ab sol eine kleine debatte begann dachte flamme nach die option seines inneren wahns wollte er selber bestmöglich vermeiden aber von den anderen optionen ist denn wirklich so unrealistisch dass wir einem kampf entgehen können ich glaube zwar nicht daran dass wir wohl nur ohne eine begegnung erreichen können aber vielleicht können wir den kampf doch verhindern und wie sollen wir ihn ganz lieb bitten uns durchzulassen ich meine vielleicht diese Antwort kam genauso gut an wie auch zu erwarten gar nicht gut andere ideen warte hör mich kurz an rein logisch gedacht omega will kein pokémon schicken dem er nicht vertraut aber gerade da er wenig kontakt mit normalen pokémon hat hat er keine große grundlage für so etwas auch sein pokémon erinnert ihn an sich selbst und wir haben es schon öfter gehört omega selber kämpft nicht wenn es nicht absolut notwendig ist wenn sein krieger wirklich ähnlich ist vielleicht ist alles was wir tun müssen schwach zu wirken sodass er uns passieren lässt im glauben dass wir keine bedrohung sind oder wir schaffen es auf andere weise durch worte zu gewinnen das ist was wir in unserem training immer gelernt haben soll jeder Kampf birgt ein risiko für alle beteiligten deswegen ist es in jedermanns interesse den konflikt schon vorher lösen zu können also willst du omegons krieger dazu überreden uns ziehen zu lassen offensichtlich ist er ein beeinflussbares pokémon omegon konnte ihn schließlich dazu überreden diese mission für ihn zu übernehmen soll wirkte zwar etwas empfänglicher für die idee als wohl nonas schüler doch auch er sei ein großes problem natürlich hat omegon das aber von allem was wir gehört haben ist reden ist das nicht gerade seine größte stärke im prinzip willst du besser sprechen als der wortwörtliche gott des manipulierens war es wahrscheinlicher dass man die idee klappt und dass wir einen kampf gegen so jemanden gewinnen außerdem haben wir wenn sich der krill nicht überzeugen lässt dann wird es zu einem kampf kommen der auch zustande käme wenn wir es nicht versuchen alles was wir bekommen ist eine chance ohne kampf zu siegen immer 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 noch wirkte soll skeptisch absolut hingegen schien seine meinung auf einmal völlig zu ändern weißt du was eigentlich hast du ja recht verlieren können wir nichts außerdem habe ich vorhin ja schon festgestellt du kannst gute reden wenn du weise klingen willst auch wenn du das bisher wohl selten wolltest na danke gern geschehen also ich wäre dafür dass wir deine idee ausprobieren aber wir planen auch was wir tun wenn es nicht klappt wie du es gerne hättest wir müssen für den kampf bereit sein im Prinzip genau wie ihr bei eurem training gelernt habt so wie ich das höre und recht ähnlich wie wohl Nona es immer mir versucht hat beizubringen versucht Theorie ist schön gut aber wenn niemand einem auch nur ein Wort glaubt alleine dafür wer man ist dann kann man reden so viel man will es wird nichts ändern und deswegen glaube ich auch nicht dass Omega uns Krieger mit sich reden lässt Vorurteile und Meinungen beeinflussen den Willen des Kompromiss schon bevor dieser eine Chance hat zu entstehen Du hast mit so ziemlich jedem Pokémon Probleme kann das sein irgendwann finde ich schon noch raus weshalb sollen mir das Angst machen die immer haben Probleme mit mir und ich habe kein Problem damit andere das Unrecht sehen zu lassen Kapitel 10 Die Begegnung Und du bist dir wirklich sicher Die Sonne strahlte Absol ins Gesicht als er aus seinem Versteck trat Auch beim dritten Mal fragen bin ich das Jahr Machst du dir Sorgen um mich Flamme Wir brauchen nicht für die Mission Wenn wir einen Tag zu lang warten ist das besser als zu früh aufzubrechen Und am richtigen Tage aufzubrechen ist das Beste Also kommt Wir haben gestern schon abgemacht dass wir heute aufbrechen Rund eine Woche war inzwischen vergangen seitdem Wulnonas Schüler gestoßen waren So als Zweifel waren zwar nicht geschwunden aber sie hatten die Woche gut überstanden das musste auch er einsehen mehr als Flamme einsehen wollte dass Absul die Reise zu Wulnona für den heutigen Tag angesetzt hatte Das Wulpix ließ sich schlicht nicht überzeugen aber Absul sich auch nicht umstimmen Komm schon Flamme Du kennst dich ja gut genug mit Verletzung aus um zu sehen ob ein Pokémon überhaupt welche hat Es wird Zeit dass wir diesen Teil der Reise hinter uns bringen und in Omegons Heimat gelangen Überstimmt und auch im Bewusstsein nicht wirklich im Recht zu sein lenkte Flamme ein Wulnona lebte an der Spitze des Eisberges Ansonsten müsste die kleine Gruppe wohl nicht weit genug wandern Der Weg würde noch rund zwei Stunden vom Versteck ausdauern Den Plan hatten die drei bereits in der vorigen Woche festgelegt Den Rest der Zeit geschah eigentlich nicht wirklich etwas Flamme versuchte sich die Zeit damit zu vertreiben ihren unfreiwilligen Gastgeber kennenzulernen Zumindest hatte Soll den Eindruck so wenig er darauf achtete Aber Sinn machen Tades Ansonsten hätten die Brüder ja mal einen ähnlichen Gedankengang gehabt Je länger die Reise ging desto er wünschte soll sich dass sie bald enden würde Als hätte ein Moment alles geändert schien seit dem Aufbruch aus ihrem Dorf alles anders zwischen ihm und Flamme Sein Bruder war ein völlig anderes Pokémon Früher hatten sie manchmal ihre Uneinigkeiten aber seitdem sie waren sich noch nicht einmal einig gewesen und gerade nun mit diesem seltsamen Absurd dabei fühlte sich Soll alleine Er wollte ein Abenteuer bestreiten gemeinsam mit Freunden um sich selber auf der Reise zu finden eine Zukunft zu entdecken Design werden sollte aber immerhin würde es an diesem Tag wieder Fortschritte geben oder Rückschritte je nachdem was wirklich geschehen würde wenn die Begegnung stattfand Absurd fühlte die Gruppe logischerweise an da er den schnellsten Weg ans Ziel als einziger kannte die reine Art wie er sich bewegte war inzwischen eine völlig andere bei der ersten Begegnung mit ihm war das Absurd verwundet und dies hatte sich auch gezeigt und wenn er unfreiwillig heute hingegen schoss das Mon über die verschneiten Felsen mit seinem weißen Fell nahezu unsichtbar für das Auge nur zu entdecken durch die markante Sichel und und dadurch dass er seine Agilität nicht ganz ausspielen konnte da seine beiden Begleiter keine derartigen Meister der Fortbewegung auf dem Berg waren Trotzdem ging diese Reise deutlich schneller voran als der erste Spaziergang vor einigen Tagen und der gesamte Weg schien clear nirgends zeigte sich Omegons Krieger aber weshalb auch es schien zu naheliegend dass dieser an der Spitze warten würde es war der eine Ort an welchen seine Feinde gehen mussten egal ob sie wollten oder nicht je höher die drei hinauf stiegen desto düsterer schienen die Wolken zu werden und bald bald erreichten die Krieger jenen Punkt an dem kein Weg mehr nach oben führen konnte die Wolken waren inzwischen ein Nebel für sie so hoch waren sie bereits gestiegen und der einzige Weg welcher noch nach oben ginge wäre jener auf das Dach der Höhle welche sich erstreckte hier sind wir hier lebt Meisterin wohl Nona und hier wird auch der Krieger sein ich schwöre bei Arceus wenn er ihr etwas angetan hat dann behüte ihn sein Omegon wir haben einen Plan Absol egal was genau da drin passiert vergiss das nicht Absol warf dem Wulpix einen Blick zu der einerseits genervt aber auch zustimmend war und anschließend traten sie ein ewiges blau umfasste Wände und Böden alles war ein Eis eingehöhlt lediglich Lichtlöcher in den Wänden unterbrachen dieses ewige Muster die Höhle war groß aber nicht riesig man konnte auf einen Blick alles hier herinnen erkennen und eine der hier erkennbaren Sachen war ein Wesen keine Frage wer Absol hatte nicht gelogen als er den Krieger Omegons beschrieben hatte beinahe bis zur Decke erhob sich ein Gewand aus purem Schwarz selbst die Sichtöffnung am Kopf fiel nicht aus diesem Muster beinahe war es so als würden keine Augen von dort herab blicken doch Flamme spürte den Blick welcher sich auf seinem Fell ein brannte willkommen ihr habt mich warten lassen dank dir selber dafür hättest mich nicht so zugerichtet hätte ich mich nicht erholen müssen dich haben sie also auch mit geschleppt ich dachte ihr beiden würdet die Spitze auch alleine erreichen können Flamme soll woher kennst du uns wer unter Lord Omegon kämpft kennt alles was er wissen muss Finsternis schien wie Rauch um den schwarzen Umhang zu schwadern doch durchzogen wurde diese von hellen Punkten langsam doch stetig vollendete sich so das Bild vom personifizierten Tod welchen Absol bereits angekündigt hatte als sich eine Sense bildete scheinbar geschaffen aus Sternenlicht allein die Klinge dieser war in ihrer Länge dem Wulpix als ganz ähnlich und genau auf diesen richtete sie sich nun auch und so weiß ich von euren Bemühungen von euren Idealen Zielen eurer Herkunft bist wir um damit anzugeben wie viel du weißt was hast du mit der Meisterin getan du musst dich nicht um sie sorgen mir liegt nichts am Leid anderer lediglich hier konnte ich sie nicht bleiben lassen deshalb blieb mir wenig als sie zu einem Zwangsumzug zu überreden hast du ihr etwas angetan nichts was sie heute noch bemerken sollte nur genug damit sie freiwillig abzog und wohin das kann ich dir nicht verraten sehnt wer dich begleitet was genau ist dein problem mit uns weshalb ist dir so wichtig dass wir scheitern weshalb willst du dass unsere heimat stirbt versprichst du eine belohnung davon willst du deine heimat verteidigen obwohl ihre existenz sich selber mit blut befleckt alleine durch ihren gott zu flammes großer überraschung senkte sein gegenüber die sense als er dies hörte du schätzt mich falsch ein ich stamme nicht aus omegons wellenbaum und so sehr wie ihr würde ich mir euren erfolg wünschen dann lass uns doch weiter wenn uns aufhälst hilfst du nur omegon dem du ja angeblich nicht helfen willst bitte glaub nicht dass ich euch böses will dass ich irgendjemandem böses will ich stamme auch aus einer welt welche leiden wenn omegon siegt doch er rief mich er zeigte sich mir er zeigte mir seine macht er zeigte mir was ich sehen musste überzeugt zu werden flamme soll ich halte euch nicht auf damit ihr omegon nicht bezwingen könnt ich tue es nur er mich darum bat da er selber übervorsichtig ist doch er selber und auch ich nach dem was er mit zeigte wissen dass er keinen grund hat dreht um du kämpfst gegen die sage an die rettung unserer welten besagt obwohl du selber in einer von ihnen lebst jeder satz den du sprichst zeigt dich als irrsinniger als der davor glaubst du wirklich uns durch leeres geschwaffel zum umdrehen zu bewegen ich kämpfe nur für diese eine gegen leistung ich will das glück möglichst vieler und so leid es mir tut ich hätte selber kennen müssen dass omegon zu weit gekommen ist er versprach mir dass meine heimat überleben würde dass er sie teil seines reiches werden lassen würde sobald dieses einfiel wenn ich für ihn kämpfen würde es ist ein angebot in dem nur einer gewinnt und das bin ich und der rest meiner welt denn es ist egal was ihr tut ihr wollt ein Gott stürzen ist nicht mehr möglich all die kraft all seine pläne all seine anhänger der punkt ist lange erreicht an dem omegon nicht mehr scheitern kann alles was ich tue ist meinem heim ein Leben nach dem imperium zu garantieren selbst wenn alles was du gerade sagst wahr ist ändert das nichts du bist pessimistisch und naiv glaubst du wirklich omegon würde so ein versprechen ein halten sein wort ist seine größte macht und die sterne sein element und er gab mir sein wort im angesicht der sterne so wie ich ihm meins omegon könnte sich nicht leisten mich zu verraten denn was ihn stark macht würde brechen und ihn verachten deswegen bitte ich euch kehrt um ihr kämpft einen krieg in welchem jeder schritt nach vorne mehr leid mit sich bringt und das ziel weiter in die ferne rückt genießt das leben das ihr habt und genießt dass es Dinge gibt die nicht einmal das Schicksal noch ändern kann zurückbleiben aufgeben und auf den tot warten damit du noch deinen anteil bekommst wir werden versuchen unser Schicksal zu verändern ob du es willst oder nicht ihr versteht mich nicht ich bitte euch nicht den Kampf für mich zu beenden für irgendjemand außer für euch selber nur ihr leidet wenn ihr reist das Schicksal zu verändern bringt euch nichts wenn der Feind selbst stärker ist als dieses ihr wählt nicht zwischen dem Krieg und dem Tod ihr wählt zwischen einem Tod im Leid und einem Tod im Frieden du merkst selber dass dieses Gespräch uns nirgendwo hin führt oder also willst du nun kämpfen oder es bleiben lassen die Antwort folgte schnell doch in Flammes Augen gegen jegliche Erwartung ich wähle zweiteres warum sollten wir kämpfen ein Kampf in dem niemand wahrlich siegen kann mein Ziel ist es euch aufzuhalten und zu tun was dafür nötig ist dafür reicht es nur wohl Nona fortgezwungen zu haben und euer Ziel ist es eben sie zu finden und was gewinnt ihr dabei aus einem Duell gegen mich ich könnte euch ja nicht einmal sagen wohin sie gegangen ist ich habe sie verscheucht und eigener Wege gehen lassen Lord Omegon befahl mir zu tun was nötig ist und wenn ich dabei um einen Kampf gegen euch herum komme dann wäre ich froh darüber aber solltet ihr euch entscheiden voranzuschreiten es eventuell schaffen in Omegons eigenen Welten Baum vordringen entgegen jeder Erwartung dann kann ich euch nicht garantieren dass die Not nicht doch entsteht also dreht um soll flammel kehrt zurück in eure Heimat und Absol was du tust schert mich wenig Nun denn ich denke ich habe euch alles mitgeteilt dass ich euch mitteilen wollte ich möchte euch nicht zwingen meinen Worten zu folgen also tut es aus eigener Kraft somit lebt wohl auf dass unser nächstes Treffen nie stattfinden muss in einer Wolke aus Rauch verschwand der Bote Omegons seiner Nachricht deutlich doch tatsächlich ohne Kampf na super und was jetzt also dieser Kerl will dass wir zurück an unseren Weltenbaum reisen und du hast vor dem zu gehorchen natürlich nicht ich habe nur festgestellt also wir haben zwei Optionen wir suchen wohl Nona die uns zu Lunala führen könnte oder wir suchen eigenständig nach Lunala das ist keine Frage nicht hast du etwa noch vor weiter mit uns abzuhängen obwohl wir das erlegt haben worum es primär ging es ging mir um die meisterin und sie ist nicht hier und und gehe stark davon aus dass es auch einfacher für uns wäre wohl Nona selbst zu finden davon gehe ich auch raus denn ich habe bereits eine Idee wo wir sie finden können wir müssen zum Canyon dort lebt nämlich Xati er ist eine Art Weiser Legenden besagen dass er alles sieht was in Zukunft Vergangenheit und Gegenwart geschieht aber da kann nicht viel dran sein Zinunala kann er uns nämlich nicht führen aber vielleicht zur Meisterin also für mich klingt das nach einem Plan soll hast du irgendeinen Einspruch oder sind wir uns mal einig kurz blieb das Fulcano still aber er musste es ja nicht so sehr auf Streit anlegen nein kein Einspruch der Canyon sagst du bring uns hin ab soll Kapitel 11 Zwischen den Welten weit oben in der Ferne inmitten den Weiten der Lebensenergie schwebt das eigenartige Portal welches nun schon seit Jahren die Weiten des Seins zwischen den Welten Bäumen schmückte Darkrai jener Schatten welcher hinauf in jene Fremde blickte wandte seiner Aufmerksamkeit etwas anderem zu dem Wesen welches ihn gerufen hatte Tundiel sind die Weltengeister alle versammelt so weit wie möglich ja Lunada verbleibt weiter an ihrem Weltenbaum sie erwartet bald die Auserwählten hoffen wir dass diese Erwartungen sich bewahrheiten ohne eine Antwort zu erwarten begab sich der Schatten näher ans Zentrum dieses Ortes herum standen sie alle die Weltenbäume vier von ihnen wirkten schwächlich krank doch einer strotzte vor Kraft und war umgeben von einem eigenartigen Kraftfeld regelmäßig versammelten sich hier alle Weltengeister abzüglich Omegon welcher lieber für sich blieb die restlichen Weltengeister waren seine Feinde und er der ihrige nur manchmal schaute er vorbei ohne etwas anrichten zu wollen außer Hohn zu vermitteln auch heute versammelten sich die Weltengeister wieder zusammen mit ihrem treuen Berater Darkrai Terrus den die Außerwelten bereits trafen wartete zusammen mit einem finsteren Drachenwesen Dreon Weltengeist der Schatten Wer Darkrai gerufen hatte war Thundil der Weltengeist des Sturmes jener Weltenbaum welcher einst Groudon gehört hatte also dann was ist der neueste Stand wie steht die Lage ist der Plan noch im Gange unsere Auserwählten sind aufgebrochen wie du es vermutlich schon mitbekommen hast was genau sie derzeit im Weltenbaum des Lunaren machen weiß ich natürlich nicht du bist ihnen aber schon begegnet oder Terrus natürlich wie sonst würden sie die anderen Weltenbäume erreichen dann berichte uns doch man könnte meinen du wärst aufgeregt nach dem nach Jahrzehnten endlich das Licht der Hoffnung wieder erstrahlt ja natürlich bin ich das es ist nur ich hatte wohl erwartet dass Auserwählte eines solchen Ausmaßes mehr wären als zwei simple unentwickelte Feuer Pokémon wie sie reagierten im Angesicht von Omegon Darkrai wir sind uns sicher dass die beiden die Auserwählten sind richtig es ist nicht möglich dass wir uns geirrt haben was sagst du da natürlich sind wir das und selbst wenn dem nicht so wäre die beiden müssen dann unsere Helden werden sie sind aufgebrochen sie sind unsere Kämpfer an ihnen hängt alles was wir kennen und genau da liegt das Problem ich möchte ihr auch glauben aber an diesen zwei Pokémon hängt alles alles sie stammen aus meinem Weltenbaum ich wünsche ihnen das Beste aber sie haben keine Eigenschaften die du nicht auch hast da oder andere die für uns kämpften sie haben nichts an sich was nicht schon einmal gescheitert ist es ist wirklich nicht dass ich pessimistisch sein will aber bisher geben sie keinen Grund für Hoffnung wenn wenn ihr immer noch an Hoffnung glaubt ist das allein euer Schaden ein riesiger Drache rang seinen Körper um das gesamte Zentrum des Treffpunktes Darkrai ließ sich jedoch nicht beängstigen alles was er zeigte war genervtheit Omegon warum tauchst du überhaupt hier auf wenn wir uns versammeln ich will sicher gehen dass ihr nichts hinter meinem Rücken plant du weißt doch sogar dass wir etwas planen und du weißt auch was es ist jetzt ist nur scheinbar scheißegal verübelst du es mir ich habe eure letzte Hoffnung schon getroffen so verzweifelt seid ihr ich hätte nichts machen können eure Hoffnung ist schon lange verendet das Imperium Omega wird eintreten ich höre eher zu weil es mir schwer fällt zu glauben dass das euer letzter Zug ist sind die beiden nur eine Ablenkung von einem anderen Plan aber irgendwo hast du ja auch recht es ist egal ob sie das sind meine Wurzelwelt ist verriegelt ihr werdet sie nie erreichen aber keine Sorge obwohl ich es nicht müsste habe ich auch noch eine Kleinigkeit für eure tollen Helden vorbereitet du hast was die beiden Brüder waren Omegons Krieger schon begegnet hatten eine eigenartige Begegnung mit einem seltsamen Wesen hinter sich doch die Drahtzieher des Ganzen nachfuhren erst hier und heute dass überhaupt eine Offensive des Feindes erfolgt war ihr glaubt selber nicht an die zwei ihr haltet sie für so schwach dass sie selbst ohne meinen Eingriff scheitern würden entweder ist das schon beinahe traurig oder er hat noch einen anderen Plan aber egal wie es ist mein Krieger wird sich um eure Auserwählten kümmern und ich behalte euch im Auge eine Antwort wartete der Herr des Sternlichtes nicht ab stattdessen schwand er sofort wieder in jenem seltsamen Portal welches Darkrai vorhin noch betrachtet hatte jemand von euch muss Lunala rufen ich muss in ihren Welten Baum wenn Omega jemanden geschickt hat wir haben schon vor lange beschlossen dass du erst später auf den Plan treten würdest du darfst nicht riskieren in einen Kampf zu geraten ohne dich kann der Plan nicht funktionieren und du weißt das aber wir können doch nicht einfach nichts tun ihr habt Omega gehört er hat einen Krieger losgeschickt vermutlich auch noch ausgestattet mit Sternenlicht unser ganzer Plan scheitert genauso wenn die beiden den Weltenbaum der Schatten nicht erreichen zwar hast du damit recht und doch ich war mir unsicher wie stark die beiden sind dann müssen sie sich so wohl beweisen sie müssen ohne uns klarkommen aber warum ich kann sie doch ab jetzt begleiten nein denn erkennt Omega wie ernst die Lage uns ist er glaubt dass wir etwas verheimlichen und Flamme und soll eine Ablenkung wären wenn du jetzt eingreifst könnte unsere letzte Chance schwinden wenn er das schlupfloch entdeckt er muss den glauben behalten welchem er gerade folgt also dann du führst uns zum Canyon wenn ich es hinkriege Meisterin Wolnone hat mir vieles beigebracht aber weit gereist bin ich nie ich kenne den Weg von Karten und Erzählungen ich hoffe auch nie dort gewesen ich dachte du sollst die Welt kennen lernen das ist doch was ein weiser tut wozu machst du denn das alles wenn du dafür nur am Eisberg feststeckst wofür haben wir unsere Krieger Ausbildung gemacht soll es war nie geplant dass wir auf Reise gehen normalerweise reisen unsere Krieger nicht schon gar nicht so weit wie wir habe ich behauptet dass es bei uns Sinn macht irgendwie wäre ich auch ohne das hier aufgebrochen wie kann man überhaupt voranschreiten wissen dass es so viel ist da draußen gibt dass man nie sehen wird wie soll man wissen ob das eigene glück wirklich zu hause liegt wenn man den rest nie kennen lernt nicht pokémon kann zu hause so unglücklich sein wie du ich weiß von vornherein dass ich Krieger werden will und meine Bestimmung ist also warum den ort verlassen zu dem ich gehöre willst du damit sagen ich gehöre nicht in unser dorf ich will reisen und die welt sehen damit ich am ende als neues mond zurückkehren kann mich selber gefunden aber wozu flamme hat recht es gab für mich nie einen grund vom ice back up zu reisen außerdem ist es nicht sonderlich erwünscht für weise jetzt muss ich reisen es ist meine pflicht gegenüber wohl nona aber sobald das hier erlegt ist kehr ich zurück keine sorge wir werden dich schon nicht vermissen ich weiß also wollt ihr weiter streiten oder dann langsam aufbrechen wir müssen nach südost für wie lange das hängt von eurem tempo ab also los eine genauere antwort würde nicht mehr folgen und das wussten auch die beiden brüder als der marsch begann dieses mal war es deutlich einfacher für die feuer pokémon mit ihrem reiseführer mitzuhalten da dieser sich offensichtlich außerhalb von fels und schnee nicht heimisch genug für größere eile spürte oder seine energie einteilen wollte und dieser xatu kerl zu dem wir jetzt reisen du meinst er könnte irgendwie die aber wie was ergibt das für einen sinn wie gibt es dieses pokémon aber der iceberg braucht weise die nicht übernatürlich sind widerspricht sich das nicht irgendwo ich meine ja wenn man den ganzen scheiß glaubt was einer der grunde ist weshalb ich das nicht tue von allem was ich weiß und das sind hauptsächlich die Worte der Meisterin ist der Kerl einfach nur extrem seltsam aber ich meine haben wir andere Anlaufpunkte vielleicht kann er beweisen dass doch irgendwas hinter seinem Gerede steckt aber von dem was ich eher denke er sieht nicht mal die Gegenwart richtig was aber auch schwer ist wenn man den ganzen Tag blöd in die Sonne starrt klingt nach einem tollen Anlauf Punkt aber es gibt doch genug man die einen glauben oder vielleicht zeigt das zumindest ein Kern Wahrheit auf vielleicht vielleicht zeigt es aber auch einen scheiß dreck auf und die mon glauben was sie wollen so wie immer angeblich soll er einst den antiken helden geholfen haben die zerstörung der welt zu verhindern aber ich glaube nicht daran dass es nicht entweder völlig erlogen ist oder einfach glück war sind das nicht etwas viele vorgehrteile vor allem für jemanden wie dich du bist doch der erste der sich auf jede Art von vorwärts stürzt und das alles für unmoralisch erklärt dein Leben besteht seit einer Woche nur daraus Fehler an mir zu finden und mich zu kritisieren oder außerdem halte ich den glauben daran dass irgendein mon einfach hell sehen kann nicht für ein verwerfliches vorurteil sondern für gesunde Skepsis wenn ich das nur nicht glauben würde weil er ein Xatu ist das wäre genau die Art Vorurteil die ich am meisten hasse aber glücklicherweise ist das nicht der Fall also wenn du das auf eine Stufe setzen willst ja tu was du nicht lassen kannst also willst du damit aussagen dass du daran glaubst dass ein Pokémon so etwas könnte ausschließend tue ich jetzt nicht möglich ist vieles hast du geglaubt ein Auserwählter zu sein Flamme nein eben es ist vieles möglich außerdem könnten wir doch ich sage nicht dass er nicht helfen kann aber er kann uns nicht durch übernatürliche Kräfte helfen was ich eher hoffe ist dass wohl Nona vielleicht sogar zum Canyon gereist ist weil sich dort eben ein alter Freund befindet und wer weiß darüber Bescheid dass wohl Nona mit ihm befreundet ist weil wenn das kein großes Geheimnis ist dann ist zu erwarten dass Omegons Krieger auch dort ist wieder auch wenn ich mich da schon frage er behauptet niemandem etwas antun zu wollen aber wenn er merkt dass wir nicht aufgeben vielleicht sieht er es dann als nötig an zu kämpfen gegen uns oder Meisterin Volnona mal ganz frei herausgefragt Volnona will ich doch eh zum Weisen ausbilden warum weißt du dann eigentlich nicht wo Lunala ist weißt wovon du da redest das wissen über den kern der welt du kennst die bedeutung dessen oder in unserer welt kennt jeder diesen ort es hat bisher noch nicht geschadet dadurch ist Terrus ein nahe er wird seinen kern gesichert haben doch ein einziges Mann mit schlechten Willen und großem Intellekt wäre das Ende von dutzenden Welten in diesem Weltenbaum erfahren nur die Erwählten vom Heim des Kerns und dies sind die Weisen des Eisbergs die voll ausgebildeten der Standort Lunalas ist das letzte was ich zu lernen habe als Weiser denn erst wenn ich mich wahrlich einen solchen nennen kann habe ich das Recht über Wissen zu verfügen welches in falschen Händen zu schier endlosem Tod führen könnte und jetzt könnte ein Nichtwissen zu schier endlosen Tod führen es doch falsch wie man es macht dann beschwer dich nicht drüber wenn du das selber merkst außerdem was ändert deine ganze kritik lass uns endlich die meisterin finden dann könnt ihr zu Lunala reisen und mich wieder in Ruhe lassen wenn du mich los werden willst soll dann wär es für dich am besten endlich mal zu kooperieren wenn du das sagst wird das schon stimmen dass diese worte vor ironie nur strotzten war ein offenes geheimnis und doch blieb flamme etwas enttäuscht zurück müsst ihr neuer begleiter wirklich schon so bald wieder gehen kapitel 12 die weite welt und so ging die reise weiter ohne wissen was im ort zwischen allen welten gerade so über das duo gesprochen wurde reisten die beiden weiter ab soll immer noch an ihrer seite vom iceback zum canyon lagen drei große stationen auf ihrem weg von welchen sie im besten falle jeden abend eines erreichten und als nachtlager nutzen konnten der vulkan die küste und der canyon selber ziel eins war der vulkan eine gegend welche ab soll einmal fremder wirken ließ als soll und flamme die beiden waren bereits in ihrer eigenen heimat teil großer ereignisse geworden welche sich an einem solchen abspielten sie hatten pokémon eines dorfes kennengelernt welche einst freunde waren bis sich das erste dorf auftrennte und dabei wussten die mon der verbleibenden dörfer dies selber nicht terrus hatte den beiden brüdern dieses wissen gegeben im bewusstsein dass erst der fall omegons ihnen die chance überließ es in die heimat hinaus zu tragen gleichzeit stellte sich jedoch auch die frage inwiefern war dieses wissen etwas was die pokémon erfahren mussten bei ihrer abreise schien es als würden die dörfer einander endlich näher kommen mit sakit als spaltungsorgan nun neutralisiert was dieser wohl gerade machte gerne war flamme optimistisch dass er tatsächlich die zeit nutzte sich selber zu finden und ein krieger zu werden ein wahrer krieger irgendwo verblieb jedoch immer noch misstrauen und argwohn welche dem Wulpix sagten dass sein vater bereits irgendetwas dummes plante aber all dies war gerade nicht ihr problem die hitze des vulkanes umwehte die fälle der drei reisenden wobei zwei sich sichtlich wohler in ihrer haut fühlen als der dritte gibt es nichts was man gegen die beschissene hitze an diesem ort tun kann flamme soll ihr seid doch sowas wie meister der hitze ihr kennt doch bestimmt irgendwelche tricks mit denen die sauer auch für normalsterbliche zum überleben ist überleben jetzt ist schon ist alles eine sache der gewohnheit die du als bewohner eines icebergs definitiv nicht hast und helfen können wieder hier weg morgen früh geht es weiter jetzt mal im ernst habt ihr beide wirklich gar nichts weil ich würde ungern ohne schlaf weiterreisen und ich bekomme kein Auge zu wenn ich dabei im Schweißer trinke außerdem weiß ich wie wir helfen könnten wäre wenn du dich für heute mal mit dem fraß vom pokémon platz abgeben könntest diese erwiderung erhielt fürs erste keine antwort deutlich mehr als flamme erwartet hatte es war tatsächlich keine direkte ablehnung gewesen zum großen glück des unlichttypen stellte sich auch heraus dass der schnellste weg sich tatsächlich nur nahe des vulkan fußes befand somit erreichten sie gar nicht jene areale in welchen die hitze am schlimmsten wäre der erste tag endete somit recht erfolgreich das tagesziel war erreicht und die gruppe bei überraschend guter laune seit dem aufbruch war noch kein tatsächlicher streit ausgebrochen soll hatte sich scheinbar die worte ab solz zu herzen genommen und für wahr befunden zwar spürte flamme immer noch ein stechen wenn er an den baldigen abschied von seinem neuen freund dachte doch seine bestimmung lag nun einmal woanders die jagd konnte ab solle solle jenem abend tatsächlich völlig vergessen man könnte meinen berg wäre berg und teils stimmte dies auch die untergründe felsen alles drumherum waren perfekt für ab so für die jagd er fühlte sich beinahe heimisch bis er betrachtete wie sehr seine agilität unter der hitze litt und vor allem wie sehr sein im schnee tarnendes fell an einem ort wie diesem auffiel wohl oder übel gab also auch er sich an diesem abend hin und ließ sich etwas von den brüdern abgeben von der reinen art wie das absolv rass glaubte flamme beinahe dass er sich umentschieden hatte und diese art der nahrung doch gar nicht so schlimm fand das oder absolv rass schnell um schnell hinter sich zu haben oder er hatte genug Hunger um schlechten aber solange flamme nicht mehr wusste wollte er einfach an die erste option glauben und dementsprechend tat er das mit jedem meter welchen die gruppe am zweiten morgen zurück legte schien absolut zufriedener und entspannter der grund war klar als die temperatur spürbar weiter und weiter abnahm und je niedriger diese war desto besser für den schüler ihr nächstes ziel wäre die küste ein ort der für beide parteien sowohl die brüder aus dem forst auch als wohl nonas schüler eine gemeinsamkeit hatte sie kannten ihn vom hören sagen doch sie waren selber nie dort gewesen dementsprechend gespannt wirkte absoll welcher für seine verhältnisse geradezu überschwänglich wirkte wohl nona hat mir oft von der küste erzählt weil sie als weise nicht an den eisbeck gebunden wäre würde sie sofort dorthin ziehen erzählte sie mir immer deswegen wollte ich diesen ort auch schon seit ewig kennenlernen auch wenn die bedingungen gerne hätten anders sein können und mehr zeit für's verbleiben bieten könnten dann reißt du ihm irgendwann noch mal hierher was hält dich ab nichts im gegenteil ich werde definitiv noch einmal herkommen klingt aber nicht nach der lehrerin von der du uns immer erzählst natürlich ist sie das aber sie ist mir nur einmal mehr als eine lehrerin sie ist das einzige pokémon an meiner seite seitdem ich selber denken kann sie hat mich damals aufgenommen als ich noch ein baby war nachdem meine eltern mich verstoßen hatten ich würde sie niemals als meine Mutter bezeichnen denn sie ist für und dass eine Mutter für mich am nächsten kommt mein Verhältnis zu ihr mag sein wie ein Schüler zu einer Meisterin aber das ist auch nicht alles was ist sie kennt mich besser als ich selber sie scheint immer zu wissen wie ich fühle und denke sie kennt meine volle Vergangenheit und Gegenwart und ihre Weisheit lässt sie immer ahnen wie es mich beeinflusst und sie war ja zwingend auch dafür verantwortlich mich nicht nur auszubilden sondern auch zu erziehen das ist auch einer der Gründe aus dem ich ihr so ergeben bin sie hätte denken können wie alle anderen doch stattdessen nahm sie mich auf nahm jahre der Verantwortung und Arbeit auf sich die eigentlich die Pflicht anderer Pokémon hätte sein sollen und das trotz all ihrer Sorgen obwohl sie beinahe zeitgleich von der Prophezeiung abfuhr welche sie jahrzehnte verfolgte die Prophezeiung über euch beide über dich Flamme noch ein Grund mehr sie so bald wie möglich zu finden wir erreichen die Küste gegen Abend richtig wie lange brauchen wir von dort bis zum Kenyon könnte es sich lohnen die Nacht durch zu reisen oder brauchen wir gar nicht erst zu versuchen ohne das das Ziel zu erreichen sagen wir so es ich denke nicht dass wir es tun sollten ich will auch ans Ziel so schnell wie möglich aber wenn wir die ganze Nacht durchreisen dann sind wir definitiv nicht bereit falls uns am Canyon tatsächlich irgendeine Gefahr erwartet lieber rasten wir an der Küste und lassen uns noch eine Nacht der Ruhe und sind dafür morgens sicherer somit war der Plan für den Tag also gefestigt und die Reise ging weiter weite Felder und schier ewige Wälder waren alles was den Vulkan von der Küste trennte somit war dieser Weg nicht sonderlich spannend gerade für Soll und Flamme die sich gerade in weiteren Gegenden schon heimlich fühlten um dem Trip auch irgendetwas abzugewinnen anfangs war zumindest Absula Freuter aber auch er stellte schon bald fest dass die Einseitigkeit der Bäume und Wiesen auf Dauer alles andere als spannend zu betrachten waren umso spannender waren jedoch die Minuten in denen der Wind an Fahrt aufnahm und einen salzigen Geruch mit sich trug am Horizont schien bereits der Pfad zu enden was dahinter lag war von hier noch nicht zu entdecken ist das das Meer was hier so stinkt oder haben wir mal wieder irgendein anderes Problem auf dem Pfad wenn du mit Gestank den Salz Geruch meinst das wird das Meer sein zumindest hat wohl Nona es mir so beschrieben das ist auch der eine Grund aus dem Meer was sonst nicht hilft um Durst zu stillen das gefühlt mehr Salz als Wasser und warum genau sollte man dann dorthin wollen ein Haufen Wasser das stinkt und nicht trinkbar ist man muss Wasser nicht trinken können damit es einen Zweck hat es gibt viele Pokémon die im Meer leben manche könnten nicht einmal im Süßwasser auskommen und für alle anderen die Luft ist erfrischend und gesund der Anblick unglaublich denke ich ich zitiere ja auch nur bald musst du nicht mehr zitieren das davon müsste es ja sein der Tagesplan folgte immer noch genauso dass an jenem Ort nicht nur die Küste wartete sondern auch die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwand ihr Orangene Schein lugte noch hervor wo der Grund in der Ferne zu schwinden schien als die Klippe jedoch erreicht war schreckte Flamme erst einmal zurück die Sonne reflektierte sich vom Wasser der Orangene Schein erhellte alles wie ein Inferno es war deutlich heller als das Vulpix vermutet hatte Absol hingegen schien seinen Blick gar nicht mehr abwenden zu können das hier ist sie die Küste das Meer ist alles genau wie wohl Nona es beschrieben hat nur irgendwie mächtiger und hier ist so viel Wasser woher kommt das alles ich wusste nicht dass es überhaupt so viel Wasser in einer Welt geben kann Nun laut Volona ist das noch lange nicht alles was wir hier sehen ist nur ein Bruchteil des Meeres und das Meer ist nur eines von Vieren die meisten Welten bestehen großteils aus Wasser und nicht aus Land das 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 verstehe ich das verstehe ich jetzt aber auch nicht warum es leben doch so viel mehr Pokémon an Land weshalb wir ein Weltengeist seine Welt so gestalten ich weiß ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber ich bin mir sicher dass es Gründe gibt gute Gründe aber keine die in unserem Verstehenshorizont liegen genau wie die Welt vieles birgt was sich weit hinter unserem Horizont verbirgt ferne Kontinente die Tiefen des Meeres Pokémon die aufweisen leben die uns unverständlich sind genau wie unsere es für sie wären genau das macht das leben doch aus man kann ja alles lernen und auch nie genug selbst als weiser und vieles wissen kann man auch gar nicht da lernen durch Pauken und Theorie sondern nur durchs Leben siehst du genau das sage ich euch doch deswegen will ich auf Reisen gehen die Reisen sind für mich nur ein anstrengender Weg gerade als weiser muss ich einfach lernen welches wissen ich wahrlich benötige und welches nicht wollen wir wirklich schon wieder damit anfangen lass uns lieber da runter runter der schnellste Weg ist der Küste weiter zu folgen nicht an den Strand zu gehen du meintest wir sollten an der Küste rasten also lass uns doch die Zeit nutzen die wir zu früh hier waren du warst doch derjenige der dringend an die Küste wollte dann lass uns die Zeit jedoch nutzen oder nicht kurz wirkte Absulf verunsichert er wollte so schnell es geht seine Mentoren finden aber andererseits die Nacht hier zu verbringen war ja ohnehin der Plan gewesen und nach all den Jahren des Wartens war dies doch eine Gelegenheit die er sich nicht einfacher entgehen lassen konnte also gut hast mich überzeugt schwer war das nicht gerade wärs der lieber wenn es das wäre also lass uns an den Strand gehen bevor ich mich entscheide aus Prinzip dagegen zu sein das war wahrlich kein Risiko welches die Brüder eingehen wollten stattdessen begab das Trio sich also hinab ans endlose Wasser welches ihnen allen wie ein Wunder erschien hier würden sie rasten einige Stunden verbringen bevor es zum Ziel dieses Trips gehen würde und wer konnte wissen was sie am nächsten Tag erwarten würde Kapitel 13 die Gefahr im Innern die Sonne ging bereits wieder auf ein Abend und eine Nacht waren ins Land gezogen welche die drei Reisenden am Strand verbracht hatten dessen Magie auch nach Stunden noch nicht schwand nachdem der Sonnenuntergang bereits ein Schauspiel gewesen war saß Flamme bereits früh am Morgen wieder am Wasser und betrachtete das Gegenstück welches doch so gleich war die Nacht hatte das Trio wie so oft in einer kleinen Höhle verbracht welche sie in den steilen Wänden des Kliffes gefunden hatten in eben jener hatten Absol und Sol beide noch geschlafen als Flamme bereits ein Stück gelaufen war er war ohnehin schon wach gewesen Schlaf hatte er nicht allzu viel gefunden aber immerhin konnte er hier diesen Vorteil sehen immer noch blendete das orangene Licht des Sonnenaufgangs dieses Mal war das Vulpix hier auch vorbereiteter gewesen weshalb es ihn nicht noch einmal so erschrak sondern er sofort genießen konnte das leise Rauschen der Wellen durchbrach die Stille doch es war ohnehin keine Stille welche Flamme wirklich für sich brauchte was auch gut so war denn bald schon schwand noch mehr der bereits nicht vorhandenen Stille als Schritte im Sand ertönten willst du dir auch den Sonnenaufgang angucken? wonach sieht's aus? ich hatte das zwar erst nicht geplant aber ich war sowieso schon wach also warum sollte ich nicht? dabei hättest du die Ruhe gut gebrauchen können na danke nein mal im Ernst vielleicht ist das bei dir auch normal aber seitdem ich dich kenne siehst du aus als würdest du keine Nachtruhe über 3 Stunden kennen natürlich schlief Flamme mehr als 3 Stunden pro Nacht zumindest manchmal und dann vielleicht 4 ich kann's nicht ändern früher hatte ich solche Probleme nicht aber das sowieso die Norm es hat sich viel geändert nicht viel vor ein paar Wochen dachte ich noch ich bestehe eine Prüfung werde zum Krieger meines Heimatdorfs und kann dann ruhig dort leben und auch wenn es soll sowas als langweilig bezeichnen würde ich fand den Gedanken gut so aber nein innerhalb von Stunden war ich dann auch vor allem mal auserwählt von Terros selber Teil einer jahrzehntelang Prophezeiung bestimmt dazu alle Welten zu retten und dann ist noch Inferno aufgetaucht und wer da war ja was gewesen vielleicht war Inferno nicht unbedingt etwas gewesen das Flamme so offen hätte erwähnen sollen warum hatte er das jetzt überhaupt und wichtiger wie kam er aus dieser Lage jetzt wieder halbwegs gut heraus vermutlich mit der Wahrheit für verrückt würde Absaline sowieso halten also warum nicht zumindest nicht lügen Entferno ist meine Flamme innere Flammen sind etwas was jedes Pokémon in unserem Dorf zugeschrieben bekommt weil es zum Krieger anhand wird nur habe ich eine besondere Lage diese Flamme die Stimme in mir spricht tatsächlich zu mir ich bin mir sicher ich bin mir sicher erst der Grund warum ich überhaupt auserwählt bin wir reden nicht oft aber in meinen Träumen finde ich ihn manchmal in einem seltsamen See im Nichts wieder und dort treffe ich ihn dann unsere Gespräche sind manchmal mehr manchmal weniger hilfreich Ach ja sowas hat Sol schon mal erwähnt Du weißt wie das nach außen hin klingt oder? Natürlich Das wäre ich völlig durchgeknallt Das trifft es gut ja Nun glaubst du selber daran dass diese Stimme das Inferno echt ist? Natürlich Und weshalb Dir ist bewusst dass es gut und gerne Symptome für Wahnsinn sein können aber trotzdem bist du dir völlig sicher dass es nicht so ist Weil Weil Inferno alles ist was mich irgendwie besonders macht Wenn er nicht echt ist dann dann habe ich nichts weniger Er muss echt sein Wieso würden die Weltengeister je auf die Idee kommen mich für eine solche Aufgabe zu erwählen wenn ich nicht eine Sache an mir habe die mich positiv hervorhebt Seine Existenz ist das einzige was mir vielleicht eine Chance gibt die Aufgabe zu bestehen die vor mir liegt Wenn er eine Lüge ist dann bin ich ein Niemand deswegen ich verstehe ich verstehe weshalb du so denkst aber wenn ich eins gelernt habe dann dass wir normalen Pokémon niemals an den Weltengeistern zweifeln sollten Deine Erwählung hat auf jeden Fall einen guten Grund aber ich glaube du schätzt dich selber hier falsch ein der Grund für deine Erwählung bist du selber Flamme das Vulpix was hier steht und nicht irgendein inneres Inferno Dann sag mir was es sonst sein sollte und wie ich die Stimme in meinem Inneren loswerden könnte Nein er muss echt sein Der eigentliche Wahnsinn in mir ist ein anderes Wesen Etwas das mein Bruder bereits kennengelernt hat und ich auch Das ist der Grund weshalb du Kurz zögerte Absol während er einen vielsagenden Blick auf den Beutel warf den Flamme bei sich trug weshalb du diese Scheiße da bekommen hast richtig Ja letztes Mal hat es mich wieder die Kontrolle übernehmen lassen und auch Inferno sagt mir wieder und wieder dass ich es nutzen müsste da unsere Verbindung schwächer würde und das andere etwas übernehmen könnte wenn ich es zu selten täte Je mehr stressig ausgesetzt bin desto wichtiger ist es Ich werde nicht über Dinge werten über die ich nichts weiß aber in diesem Kontext Hör ja nicht auf Inferno Wohno hat mir extrem viel über Tellizium beigebracht und weniges davon war gut Ein extrem süchtig machendes Rauschgift und Halluzinogen wächst in der Natur glücklicherweise nur an wenigen Orten und die wilden Pokémon an diesen Orten wissen einen Bogen darum zu machen Es ist nicht falsch dass dieses Zeug auch etwas Gutes bewirken kann aber nur unter höchstem Risiko Ein Blatt zu viel zerreiben und ein Pokémon kann verlieren wer er wirklich ist Ich hab nicht vor mehr von dem Zeug zu nutzen als ich brauche macht dir da keine Sorgen Nur weiß ich nicht wann ich es nutzen muss aber derzeit spüre ich also wird es wohl passen Ach hier seid ihr beiden Ich hab mich schon gefragt wo ihr hingegangen seid Offensichtlich hatte das dritte Pokémon im Bund inzwischen auch ausgeschlafen Auch wenn es schien als hätte Absel noch etwas zu Flamme erwidern wollen tat er dies nun nicht was Flamme sehr recht war Anders als das Unlicht Pokémon war soll nämlich voll und ganz verständnislos für die Probleme des Wohlpigs Stattdessen wandelte sich das Thema nun sofort Ach bist du inzwischen auch wach Dann würde ich sagen wir machen uns auf Je früher wir ankommen desto besser Einspruch folgte keiner weshalb die Reise auf ihre letzte Etappe begann Einige Stunden noch der Küste folgen welche anschließend nach Westen abknicken würde und dort müsste das Team weiter geradeaus Dies bedeutete gleichermaßen auch wenn die Rast nun endete dass das Trio sich noch nicht direkt vom Meer verabschieden musste welche sie hier zu schätzen gelernt hatten doch auch jener Moment ließ nicht mehr ewig auf sich warten denn bald nahmen die Klippen eine scharfe Kurve das Meer im gleichen Moment folgend hier trennten sich die Wege der Pokémon und eines leblosen Raumes welcher jedoch trotzdem so schnell eine emotionale Bindung der Reisenden geschaffen hatte kurz gilt Absalne als wir an diesem Punkt ankam das war es dann wohl auch mit diesem Abschnitt der Reise es ist kommt es euch auch so vor da ich bin nicht allein damit dass ich mich jetzt schon nostalgisch fühle für einen Ort den ich erst vor wenigen Stunden zum ersten Mal gesehen habe es eher dass das Meer selber Nostalgie aufkommen lässt nicht über sich selber sondern einfach als ein Gefühl das meine ich nicht unbedingt es ist dieses Gefühl als wäre dieser Abschied etwas besonderes und das obwohl ich weiß irgendwann kehre ich hierher zurück und trotzdem hat die Luft einen Duft der Endgültigkeit Ja du hast recht aber vermutlich sollten wir uns davon nicht abhalten lassen stattdessen sollten wir uns aufmachen und endlich deine Meisterin finden nicht Ja du hast recht Ob sie wohl sauer sein wird mir das Meer nicht mehr selber vorstellen zu können Die Luft nahm weiter an Frische ab und langsam schien die Vegetation zu schwinden je weiter die Schritte sie nur trugen Während gerade noch üppige Wälder waren verblieben erst lediglich Wiesen später sogar weniger als mehr und mehr totes Gras und Stein den Boden schmückten bald sind wir da ich spüre es genau wirklich ich war zwar noch nie in einem Canyon aber das ist beinahe wie eine Wüste ich hatte mir Schluchten viel naja grüner vorgestellt dann hast du falsch gedacht ich weiß nicht ob es auf fernen Kontinenten oder in anderen Welten anders ist aber zumindest unser Canyon ist sehr trocken in seinem Inneren müssten kleine Bäche fließen aber das war es an Wasser und die Vegetation ähnelt einer Wüste doch stark im Prinzip ist der Canyon schlicht eine Wüstengegend auch die Temperaturen entsprechen dem mal wieder leider wie ihr vermutlich merkt nun sie merkten es ehrlich gesagt nicht der große Vorteil davon ein Feuertyp zu sein war dass man gegen jede Art von Extrem Temperaturen gewappnet war Eises Kälte richtete nix aus Feuer Pokémon waren vom Kern her warm und genau deshalb war auch Hitze nicht wirklich spürbar da die Körpertemperatur dieses Typen ohnehin höher war naja selbst wenn er es nicht spürt sieht man es dagegen ja wohl an das tat man auch wenn bald die Temperatur ein kleines bisschen sinken würde steinerne Wände spendeten Schatten während der Wind zwischen diesen hindurch blies und kühlte inmitten dieser Stein Wände war ein Pfad eine Schlucht ein Canyon am Ende dieses Weges würde der vermeintlich alle sehende Xatu warten und während Sol und Absol beide eher ein höheres Tempo einlegen wollten reagierte Flamme völlig anders wieso wollten seine Begleiter nun so hetzen hatten sie vergessen was an diesem Ort vermutlich geschehen würde jetzt wartet doch mal warum je schneller wir am Ziel sind desto besser oder etwa nicht aber aber spielt ihr es nicht irgendwas ist hier werden es schon geahnt dass dieser Ort unsicher sein könnte dass man mir ganz krieger irgendwas vorbereitet hat und die auch an diesem Ort jetzt ist nicht sicher ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was du damit meinst dieser Ort hat nichts bedrohliches an sich doch ich spüre es genau irgendjemand irgendetwas lauert und wartet nur darauf anzugreifen du bist nervöser als nötig wenn Omegons Krieger wirklich eine Falle gestellt hätte dann hätte sich diese inzwischen offenbart wenn er uns langsam schon dem Ende des Canyons und es gab bisher wirklich keine Spuren ich muss absolut auch mal zustimmen es gibt einfach keine Anzeichen dass uns irgendwas im Weg steht das könnt ihr doch nicht ernst meinen es doch so deutlich es überall und doch nicht seht ihr es nicht hört ihr es nicht spürt ihr es nicht du beginnst mir Angst zu machen du bist dir sicher dass mit dir alles in Ordnung ist wenn es nicht anders geht dann nimm lieber etwas von dem Telizium soll näherte sich selber an falls Flamme selber nicht mehr in der Lage wäre das Kraut zu nutzen um es im Notfall anzu wenden aber sein Bruder wich zurück nein nicht dieses Zeug ich mag es nicht ich hasse es es macht mich schwach es nimmt mir die Kraft nervös schritt soll wieder zurück das ist nicht normal soll es das wie es aussieht wenn Flamme nicht mehr selber ist ja das definitiv nicht mehr selber doch natürlich bin ich es ihr seht mich doch ihr kennt mich doch ihr kennt meine Stimme sein Verstand will es nicht wahr haben aber doch bin ich auch ein Teil von ihm ein Teil den er unterdrücken will aber der sich nicht unterdrücken lässt ein Teil der weiß was wir brauchen und tun müssen und bereit ist es umzusetzen und was wir nicht brauchen was Flamme nicht braucht sind Pokémon wie ihr die im Weg stehen die Reise erschweren alleine sind wir stärker alleine sind wir erwählter sobald er lernt uns als ein wir zu akzeptieren also was der Plan soll entweder besiegen wir das hier oder wir schnappen uns etwas vom Tillitium sonst noch fragen Kapitel 14 immer zu schwach immer noch schreitest du voran immer noch glaubst du eine Chance zu haben du gibst dich einer falschen Hoffnung hin statt den wahren Zweifeln Flamme kannte diesen Ort es war nicht derselbe an welchem er letztes Mal dieser Warngestalt gegenüber getreten war doch auch war er damals entfernt und auch an einem anderen Ort begegnet auch diese Bestie machte sich nun allerdings den See zum Heim an welchem sich auch Flamme wiedergefunden hatte lediglich alles Wasser schien geschwunden stattdessen stieg Feuer empor wo einst ein See war du weißt nicht aber wovon du redest du willst eins mit mir sein und denkst ich hätte wirklich Hoffnung ich habe keine Wahl nichts anderes die Antwort bewirkte genauso viel wie Worte es letztes Mal getan hatten absolut gar nichts der rote Wulpix umriss schien die Worte seines Gegenüber nicht einmal zu hören nun das oder er ignorierte sie bewusst vollständig jeder Schritt den du tust ohne deine Wege zu ändern ist ein Schritt auf falschen Wegen die ein Ziel erreichen werden du kannst umkehren die Wege zurücktreten und hoffen dass du eines Tages noch am Ziel ankommen wirst an welchem dein Scheitern liegen wird oder du gibst auf setz dich zur Ruhe endlich wissend wo dein Platz ist wie wäre es mit weder noch ich folge dem Weg weiter den ich gesagt bekommen habe ob er am Ende der richtige ist das bezweifle ich aber zumindest habe ich getan was von mir verlangt ist Jede Anstrengung ist deine zu viel wenn am Ende ohnehin nichts liegt dem Wort anderer zu folgen zerstört den Geist und lässt im Erfüllen ihrer Bitten etwas zu hoffen ist närrisch sich auf andere zu verlassen ist närrisch ein Sieger bestreitet den Weg alleine und stößt ab was sich auf Augenhöhe hält eine große Frage stellte sich Flamme hier wieso versucht er immer noch etwas mit Worten zu bewirken diese waren mehr als eindeutig ohne Wirkung dementsprechend war ein Angriff was folgen sollte welcher sein Ziel nicht fand und doch ein klares Ziel setzte Wahrheit bleibt doch Flamme war voll und ganz breit nachdem er diese noch vom letzten Mal kannte auch der nächste Schritt schien identisch als sich das Monster teleportierte und versuchte so ein Treffer zu landen dieses Mal schlug Flamme einfach zu auch wenn sein Hieb wenig anrichtete und wiederholte selbiges sofort denn ihm war an diesem Punkt klar der Feind würde vorhersehen dass Flamme nach dem ersten Hieb zur Seite ausweichen würde im Versuch einem Konter Angriff zu entgehen welcher jedoch den Ort abdecken sollte zu welchem das Wulpix ausweichen würde irgendwie schien der Feind sich nicht anzupassen sondern eher ein festes Kampf muss dazu haben welchem er immer folgte nur dass Flamme es dieses Mal bereits kannte dummerweise endete an diesem Punkt jener Teil des Musters welchen Flamme Verstand nach einem simplen Hieb welchen Flamme einfach entging und mit einem Flammenwurf erwiderte erfüllte sich der gesamte Raum mit Feuer Und und das schreckliche Geräusch in seinen Kopf zurückschießen ließ welches bereits letztes Mal zum Problem geworden war Nur war dieses Mal eine Sache anders Das Wulpix war bis zu diesem Punkt nicht geschwächt worden Was was zunächst einmal erfordert dass du noch länger durchhalten kannst Die roten Dornranken schwanden Anscheinend hatten diese nun ausgedient Stattdessen schwebte ein rotes Licht direkt über der Silhouette kurz geschah nichts während Flamme dieses aufmerksam betrachtete Sekunden später jedoch schoss ein mächtiger Strahl aus rotem Feuer aus jenem Licht hervor direkt auf Flamme abgezielt welcher jedoch auswich sofort sprintete erneut los um einen Krallenhieb sein Ziel finden zu lassen was auch funktionierte doch ohne großen Einfluss währenddessen erschienen neue Lichter verteilt über den ganzen Raum was Flamme im Augenwinkel aufgefallen war sie erschienen nacheinander nicht gleichzeitig woraus erschloss dass sie vermutlich auch nacheinander bereit wären ihren Angriff abzufeuern was auch war was tatsächlich geschehen sollte allerdings gab es zwei Probleme weder wusste Flamme in welcher Reihenfolge diese erschienen waren noch war ihm klar dass diese alle in einer geraden Linie in jene Richtung schossen in welcher ihr Hervorbringer war anstatt Flamme selber anzuvisieren dies würde den Angriff vorhersehbar machen doch nicht wenn er keine Möglichkeit mehr hatte die Reihenfolge der Strahlen herauszufinden und raten musste was auch eine ganze Weile lang gut ging aber eben auch nur eine Weile knapp vor dem Ende erfasste einer der Angriffe das Ziel direkt und das schreien in Flammes Kopf wurde lauter und lauter seine Ohren schienen zu zerbersten obwohl das Geräusch nicht einmal von außen hereintraf doch zu seiner eigenen Überraschung schaffte er sich noch einmal zu erheben er war noch nicht am Ende sondern erzielte stattdessen einen Konter Angriff welcher einen Feind traf welcher ihn entweder nicht erwartet hatte oder in dessen Kampfmuster ausweichen einfach nicht eingebaut war nun es war ein weder noch ausweichen folgte nämlich als Flamme erneut angreifen wollte glücklicherweise folgte hierauf kein Angriff welcher schnell genug bereit war als das reagieren nun nicht mehr möglich gewesen wäre jedoch erschienen erneut rote Lichter dieses mal scheinbar kleiner und weniger die schwierigkeit dieses angriffes zeigte sich jedoch schnell letztes mal waren all die strahlen auf ihren urheber los gegangen welcher gleichzeitig durch seine unbeweglichkeit verwundbar blieb dieses mal hingegen schien sich die rote gestalt nach jedem einzelnen strahl an einen neuen ort zu teleportieren was vorhersehbarkeit und bestrafbarkeit minimierte glücklicherweise änderte es jedoch nichts daran dass die angriffe als solche nicht immer überhaupt versuchten ihr ziel zu finden und jene die es taten brauchten lange genug als das reaktions zeitverblieben hat hat in der kirkheit kann eine tugend sein oder ziellos ich bin immer noch nicht spürbar verwundet du nährst dich dem enden der kräfte alles was du tust ist eine unabdingbare niederlage heraus zu strecken dann sehen wir einmal ob du es gleich immer noch weiter versuchst oder ob du es endlich bleiben lässt erneut erschienen die roten lichter dieses mal wieder größer als noch vorher und auch in extremen mengen ihr muster war nicht schwierig zu erkennen da diese alle in einem kreismuster auftauchten das hauptproblem zeigte jedoch als diese begannen los zu schießen diesen kreis der angriff durch bloßes rennen zu umgehen schien unrealistisch durch die pure geschwindigkeit der abfolge welche sich im zentrum aller lichter sammelte zwar waren die strahlen recht groß aber nichts woran ein trainierter kämpfer scheitern würde welcher eine gewisse sprungkraft besaß allerdings folgten nun gleichzeitig mit den lichtern erneut die roten dornen welche aus dem boden herausschossen und schier endlose fläche abdeckten beinahe wie bei jenem angriff welcher letztes mal den kampf beendet hatte fehlte dem vulpix jegliche idee wie er hier ausweichen könnte was auch dazu führte dass er auch auch getroffen wurde nicht verwundet dies schien an diesem ort immer noch nicht möglich doch es raubte energie und kontrolle ruhig und sich seines sieges bewusst näherte sich die rote gestalt flamme welcher nun wieder zu boden gegangen war wach aber ohne wahre möglichkeiten du bist zäher geworden doch was nützt es du kannst nicht mehr zeit schinden zeit vor einer unumgänglichen niederlage zeit die dem feind mehr helfen wird als dir in einem kampf in dem es um leben und tot geht du magst dich fühlen als wäre dieser kampf für dich ein besserer gewesen doch es bringt dich noch weiter vom ziel ab der falsche weg führt weiter und weiter du hast nichts was du brauchst um eines tages den großen sieg zu erringen du läufst den weg der verlierer und du hast nie einen anderen gekannt mit diesen worten wandte es sich ab und überließ flamme sich selbst wieder schwand die gegend um ihnen finsternis der see wurde zu schwarz die blauen weiten ebenso wie lange würde diese finsternis halten flamme wusste es nicht und würde es auch nie wissen er hatte verloren schon wieder nicht einmal in einem kampf mit sich selbst konnte er sich behaupten wenn die warngestalt doch recht hatte nein dies war gar keine frage für das vulpix er wusste doch dass sie es hatte die chancen auf seinen sieg waren null und waren es immer gewesen die hoffnungen die andere setzten waren umsonst und ohne basis die welten geister konnten doch nicht wirklich glauben dass jemand wie er in der lage wäre einen krieg zu gewinnen welchen schon krieger in anderen sphären verloren hatten das einzige wobei er sich nun noch unsicher war war er wirklich so sehr auf dem falschen weg den Pfad der sieger die bestie hatte ihn nicht ausgeschlossen selbst für jemanden schwach wie flamme aber jeder schritt den er im moment tat jeder einzelne von ihnen führte ihn fort vom ziel wäre er alleine stärker wie es alles in ihm zu glauben schien ob nun inferno oder wahn aber wie sollte er alleine stark sein wenn er nicht einmal in einem team etwas bewirken konnte war es wirklich ein fehler überhaupt weiter zu machen dies war der eine punkt welchen das wesen immer verlauten ließ welchen das wohl pix nicht verstehen konnte schwach wie er war gewann flammen nichts daraus voranzuschreiten aber er gewann doch auch nicht mehr daraus den Krieg gleich aufzugeben er hätte doch etwas ruhe bevor es alles enden würde aber wie sollte er eine derartige ruhe in der lage sein zu genießen wenn er dann wüsste dass jeder neue tag der letzte sein könnte und was gewann dieses wesen in ihm überhaupt daraus nun vermutlich nichts aber das musste es auch nicht es waren flammes eigene Zweifel sein eigener wahn sie wollten nichts gewinnen sondern nur jenen brechen welcher sie führte und das mit Erfolg andererseits galt es auch zu bezweifeln wie erfolgreich dies wirklich war auch ohne diese Kämpfe gegen ein inneres Wesen selbst würde er nur normal reisen die Zweifel wären schlimm genug es war doch auch nichts weiteres als ein hindernis unter vielen ein weiterer garant der niederlage wenn es schon multiple andere gab mehr als scheitern konnte selbst flamme nicht so sehr es sich manchmal so anfühlte aber wer konnte schon wissen was sein reiner versuch bewirken könnte wäre vielleicht soll in der lage zu bestehen aber nur in Begleitung eines Versagers wie Flamme was soll und ab soll wohl gerade taten vermutlich kämpfen und das vermutlich mit deutlich mehr Erfolg die Antwort hierauf sollte sogar schon bald folgen als Licht wieder den Blick des Wulpix erfüllte die Sonne schien ihm ins Gesicht er spürte den heißen Fels auf welchem er lag sowohl sein Bruder als auch wohl Nonas Schüler betrachteten ihn nervös Flamme bist bist du das mühselig stand der sogenannte Auserwählte auf ja leider erwartet ihr mehr Erfolg als ich ähm ich denke nicht keine Ahnung was genau los mit dir war du hast du hast einfach aufgehört zu kämpfen und bist umgekippt und naja jetzt bist du anscheinend wieder normal also habt ihr dieses Ding gar nicht besiegt also ich bezweifle es zumindest es hat nicht so gewirkt als hätten wir tatsächlich irgendwas bewirkt und bei dir ist wieder alles in Ordnung flamme griff sich etwas telizium und zerrieb es den geruch einatmend er fühlte sich nun freier aber irgendwie auch nicht sagen wir mal es geht mir nicht schlechter als vorher zumindest nicht viel das muss reichen wenn du wirklich meinst wollen wir dann weiter gehen dann sind wir gleich da vermutlich können wir bei xatu kurz rasten kapitel 15 das wahre gesicht flamme spürte das misstrauen seiner beiden begleiter als sie dem weg weiter folgten übel konnte er es ihnen nicht nehmen dazu verstand er sie zu gut sie konnten nicht nachvollziehen was genau mit ihm los war so wie er selber aber zumindest schien das ziel nun nahe in wenigen metern würden sie xatu treffen welcher ihnen den weg zu wohl nun erweisen würde hoffentlich und dann könnten sie omegons heim betreten nun dies war der plan ein plan welcher bereits nach kurzem zu bröckeln schien und zwar in jenem moment als der weg voraus endete mitten an einer klippe welche überblick über weite hügel und wüste gab eine klippe an welcher da niemand niemand aber wo ist xatu er sollte hier sein er lebt hier hat omegons krieger hinweg gescheucht womit der schüler jedoch nicht gerechnet hatte war dass tatsächlich eine antwort folgte eine stimme sprach aus den schatten die einer der vielen felsen dieses ortes spendete auch auch er ist bloß ein pokémon er ist bloß am pokémon platz um neue vorräte zu beschaffen sorgt euch nicht er wird bald zurück sein auch wenn ich denke ihr werdet ihn nicht brauchen ihr seid meinetwegen hier oder flamme und soll erkannten das pokémon nicht sofort doch ab soll brauchte nicht mehr als die stimme zu hören meisterin volnona du bist hier ja das bin ich du bist also gekommen mein junge und freunde hast du auch mitgebracht sie sind nicht einfach freunde meisterin diese beiden sind sind jene von welchen die prophezeiung sprach das ist mir bewusst wenn omegon einen krieger schickt und du dich von zwei pokémon begleiten lässt dann sehe ich schon was vor sich geht ja es ist endlich soweit ich gehe schon einmal zurück zum eingang des canyons damit du den beiden ja nächstes ziel mitteilen kannst bitte komm dann dorthin damit wir zum icebeck zurückkehren können omegons krieger ist weg nein das wird nicht nötig sein du kannst auch hier bleiben es ist ohnehin an der zeit dass auch du erfährst wo sich der kern des welten baumes befindet wie meinst du damit etwa ist meine ausbildung zu ende nein mein junge und das wird sie auch nicht bald werden ich möchte dass du diese beiden begleitest das war eine wendung nicht nur für absol selbst auch soll und flamme verstanden nicht woher auf einmal diese forderung wohl nonas kam nein das kann ich nicht wieso das ihr beiden reisenden vergebt mir dass ich euch meinen schüler so aufzwänge doch ich bin sicher es ist schicksal vom ersten tag an als ich dich kennen lernte junge warst du anders als all die anderen es konnte nicht aus dem nichts stammen es musste einen grund geben dass du geboren wurdest wie du es bist und das nur wochen zwischen jenem tag an dem ich dich aufnahm und dem ersten mal dass ich von der prophezeiung erfuhr lagen du bist besonders du bist besonders und warst es schon immer dein schicksal liegt da draußen nein das tut es nicht das kann es nicht und das weißt du ich kann nicht mit ihnen reisen und weshalb das weißt du genau das weißt du genau ich weiß weshalb du es nicht willst aber es gibt keinen grund weshalb du es nicht kannst du hast angst deine fassade nicht aufrecht erhalten zu können es ist keine fassade das ist wer ich bin nein das ist es nicht bei der aussprache diesen wortes schien absolut Zorn erfüllt und entgegen allem wofür er stand schlug er nach seiner Meisterin hierbei beobachtete Flamme schockiert wie der Körper des Unlichttypen sich zu wandeln schien gegenüber der weißen stand nun ein etwas größeres Pokémon auf zwei Beinen stehend mit schwarzem Fell und roter Mähne du sollst mich nicht so nennen das ist nicht wer ich bin das ist nicht wer ich jemals war und doch ist es was gerade vor mir steht verwirrt blickte der schwarze Fuchs auf seine eigene Hand so dass auch er nun merkte dass er sich gewandelt hatte panisch blickte er nun auf die beiden Pokémon welche ihn bis an diesen Ort begleitet hatten bloß um nach einem kurzen Ort davon zu rennen was Winona was soll das alles hier nun du musst wissen er stammt das meine ich nicht warum zur Hölle war das jetzt nötig etwas perplex suchte die angesprochene selber nach einer Antwort warum frage ich überhaupt sofort wollte Flamme sich ebenfalls selber davon machen jedoch stoppte ihn sein Bruder wo willst du hin wir haben eine Mission müssen herausfinden wo unser Ziel liegt das ist schön ich suche nach Absoll lass ihn suchen Fucano ich werde dir so lange den Weg erklären erst zögerte Soll für einen Moment jedoch stimmte er zu na gut aber komm dann nachher zurück ob mit oder ohne den Kerl ohne weitere Worte sprang das Wulpix fort und zurück in den Canyon wie sollte er den Unlichttypen nun finden die Antwort auf diese Frage wäre manchen vielleicht schwer gefallen doch immer noch war Flamme ausgebildeter Krieger seines Dorfes zwar war der Wald eigentlich sein Heim doch viele der Techniken ließen sich genauso gut in einem Canyon anwenden zum Beispiel das Nutzen der Augen um die deutlichen Fußabdrücke im staubigen Boden zu verfolgen dadurch dass sich Absolls Gestalt nun geändert hatte unterschieden sich die Spuren denen Flamme folgen wollte stark von jenen die sie alle auf dem Hinweg hinterlassen hatten welche noch nicht geschwunden waren eine Weile führten die Spuren durch den Canyon bald jedoch endeten sie schlicht an einer Wand nach kurzem Aufblicken ahnte Flamme bereits dass er wohl nun dort hochklettern musste was glücklicherweise nur wenige Minuten in Anspruch nahm an der Spitze dieser Steilwand sah er bereits Absoll sitzen immer noch in seiner Form welche gerade eben erst offenbart worden war Absoll warum nennst du mich noch so du weißt doch jetzt sowieso wer ich bin wer ist dir etwa lieber wenn ich dich anders nenne kurz darauf folgte Stille nein also was willst du willst du Wahrheit Infos dann hättest du auch gleich wohl Nona fragen können ich weiß aber darum ging es mir nicht worum sonst sag mir nicht dass du dir Sorgen um mich machst oder so eine Scheiße ohne zu antworten nährte sich Flamme an und setzte sich neben das Sorak ohne auf eine Erlaubnis hierfür zu warten und weshalb nicht weil du keinen Grund dafür hast du kennst mich nicht einmal und falls du dachtest es zu tun weißt du inzwischen warum du es nicht tust das stimmt ich habe keinen Grund aber brauche ich einen brauche ich einen Grund um zu vertrauen wenn es keinen gibt zu misstrauen das klingt nicht nach dir ich weiß ich habe ja auch dich zitiert wieder kehrte Stille ein Flamme war schon zufrieden genug damit dass sein Gegenüber ihm weder das Fell ausgerissen noch ihn weggeschickt hatte trotzdem versuchte er seine Worte weiterhin eher vorsichtig zu wählen also was denkst du inzwischen über wohl nur das Worte wirst du uns weiterhin begleiten ich meine viel zu verlieren habe ich wohl ohnehin nicht mehr riskieren dass sie herausfindet wie meine eigentliche Gestalt aussieht kann ich ja nicht mehr und eigentlich sehe ich es schon als meine Pflicht wohl nur das Wort zu folgen andererseits hatten wir die Fronten in der Gruppe eigentlich klar genug gemacht wenn ich meine eigenen Wege gehe wäre es vermutlich für alle Beteiligten besser wäre es für Soljaba ich habe nie so etwas gesagt und das weißt du solche Streits hat immer nur Sol übernommen reicht das nicht wenn er mich nicht leiden kann bringt es wenig ein Team zu bilden würde es vielleicht nicht aber auch er muss einsehen dass es für uns nur Vorteile hätte und mal ganz neutral gefragt wie oft gab es seit wir vom Eisberg aufgebrochen sind Probleme Gegenfrage wie sehr wird sich das jetzt wohl ändern wo er weiß dass ich euch die ganze Zeit angelogen habe die Frage war rhetorisch und die Antwort dementsprechend stattdessen war es wieder Stille die zunächst folgte willst du wissen was wirklich passiert ist du musst mir nichts erzählen dass du lieber für dich behalten willst und wenn ich es trotzdem erzähle hörst du mir dann zu ja also dann vieles kannst du ja wohl auch schon selber denken inzwischen nicht ich fange trotzdem am Anfang an der überraschenderweise bei meiner Geburt war beide meiner Eltern waren Absol und die Wächter dieses Eisberges eine Rolle die es damals noch gab nun damals war das wohl eine große Sache denn schon seit Jahrhunderten sind Absol die Wächter über diesen Ort und es war stark zu erwarten dass ich der nächste in der Dynastie werden würde bis ich als Zoroa geschlüpft bin das Chaos kannst du dir vorstellen und all den Streit gerade zwischen den beiden Absoll eine Weile stand auch in Frage ob mein Vater überhaupt mein echter Vater wäre bis man letztlich doch eine sehr friedliche Einigung gefunden hat die nur einen Schuldigen hatte mich ich war nur irgendein Fehler der Natur gewesen einerseits wollten mich die beiden aber auch andere denen die Tradition dieses Berges wichtig waren loswerden aber natürlich waren sie sich alle zu fein um einem Baby etwas anzutun stattdessen war es das simpelste mich einfach rauszusetzen he tja hätten die Arschlöcher wohl besser aufpassen sollen Meisterin Wulnone hatte damals schon beobachtet was vor sich ging und hatte andere Gedanken als der Rest deswegen entschied sie sich mich aufzunehmen als kein anderer mich in der Nähe haben wollte am Anfang hielt sie mich versteckt für eine ganze Weile weil was sollten denn die Mon denken oder was auch immer der Grund war erst als ich mich vor einigen Jahren entwickelt habe wusste sie dass es nötig wäre mich nicht nur weiter im Geheimen auszubilden sondern offiziell zum Schüler und ihrem Nachfolger zu ernähren damals hatte ich schon lange begonnen meine Illusionsfähigkeiten zu trainieren und ich zu werden noch halten die Limits meiner Konzentration mich auf aber jeden Tag lerne ich mehr und mehr mein Abbild als Absol aufrecht zu erhalten mein Ziel ist es eines Tages die Illusion so zu perfektionieren dass sie eins mit der Wahrheit wird denn weißt du der Blick des Fuchses schweift über die Weiten vor seinen Augen warum soll man die Wahrheit leben wenn die Lüge doch so viel schöner ist so kann ich endlich das Pokémon werden das ich schon immer sein sollte das Pokémon das vielleicht ein gutes Leben hätte führen können ich bin Absol nicht irgendjemand irgendetwas anderes ich gehöre hierher ich habe auch ein Leben auch eine Bestimmung auch wenn sie alle das nicht einsehen wollen ich glaube du kannst dir gut vorstellen wie es damals aussah als Volnona den Mon dieses Ortes offenbarte dass sie einen Schüler ausbildete und es sich als die Missgeburt herausstellte die sie alle vor Jahren versucht hatten loszuwerden wirklich etwas tun konnten sie nicht denn Volnona war damals auch schon eine Weise was sollten sie hingegen sie sagen oder tun außer eigenen Protest und den gab es auch zur Genüge manchen Pokémon den Mon die sich mal meine Eltern schimpften eingeschlossen waren ihre Tradition so viel wichtiger als alles andere dass sie sich weigerten weiterhin auf einem Eisbeck zu leben im Wissen dass es ein Pokémon wie mich hier gab ja dass ich eines Tages der Weise hier werden sollte vieles davon passt gut zusammen aber ich verstehe noch nicht warum du diese Absol Persona nun kreiert hast die Mon die dich hassen wollen tun das doch so oder so es nicht wie du sich davon unterkriegen zu lassen dich ändern zu wollen er hätte ich gedacht dass du deine Spezies als Sorok dadurch mit noch mehr Stolz tragen würdest aber ich will kein Sorok sein ich wollte es nie verstehst du es nicht ich habe mir nie gewünscht eine Bestie zu sein die Mon fürchten statt zu respektieren alles was ich hier wollte war ein normales Leben ein Leben das ein Absol führen kann und kein Sorok weißt du was ich denke du hast Unrecht du bist so oder so auch nicht weniger Absol aber du bist auch Sorok genauso Vulpix oder Vulnona oder Groudon du kannst sein wer du sein willst aber das will ich nicht Flamme Kapitel 16 ein anderes Schicksal ein anderes Schicksal ich will nicht jemand anderes sein ich will nicht jemand sein dessen Persönlichkeit daran liegt nicht ich zu sein alles was ich will ist doch eben genau das ich will ich sein und alleine ich das Pokémon das ich immer sein wollte und sollte ich dachte von all den Pokémon würdest du das doch verstehen ja also ich glaube es zumindest dir geht es doch auch nicht wirklich anders nicht du willst nichts anderes als ein normaler Krieger deines Dorfes zu sein aber du kannst es nicht weil du mit einer Bestimmung geboren wurdest weil du nicht selber steuern kannst was dein Leben sein soll stattdessen werde ich ohne Weinung aus dem Leben gerissen welches ich leben möchte und in eines geworfen das ich hasse und trotzdem gibst du dich einfach hin und folgst den Worten die von dir verlangt werden was soll ich sonst tun ich bin in einer Lage von Leben und Tod zwar glaube ich nicht an meinen eigenen Erfolg aber wenn ich nichts tue dann wird alles enden was ich kenne und alles was verbleibt ist ein Tyrann welcher seinen Willen bekommt ich muss zumindest versuchen es zu verhindern kurz dachte Absol nach bevor er sich erhob seine Gestalt schien sich wieder zu verändern er kehrte zurück in die Gestalt welche ihm seinen Namen gab und ich werde dabei helfen oder es zumindest versuchen du kommst mit? ja auch Flamme erhob sich nun wieder das wollte ich hören also dann lass uns wieder zurückkehren wo du und dann soll warten vermutlich schon dann erfahren wir wohl gleich alles der größten Geheimnisse dieser Welt nicht der Ort an welchem sich Lunanas Kern versteckt aber es ist ein Geheimnis welches offenbart werden muss ja also machen wir uns auf zu zweit kehrten die Pokémon also zurück ans Ende des Canyons wo sie bereits erwartet wurden ihr seid früher zurück als ich erwartet hatte nun seid ihr bereit aufzubrechen ein Stück lang werde ich euch noch begleiten da der Eisberg in derselben Richtung liegt wie euer Ziel also gut dann los wohin geht es denn für uns die Antwort übernahmen soll eindeutig schon von Vulnona aufgeklärt Mount Thunder mir sagt das nicht allzu viel aber dir vermutlich schon nicht ab soll die Betonung auf dem letzten Wort ignorierte der Unlichttyp gekonnt er fokussiert auf das was vorher im Satz kam Mount Thunder dort liegt Lunalas Kern unter Zapdos Wache in den Tiefen des Berges erreicht man nur von einem Tunnel an der Spitze Lunala wählte dieses Versteck da es weniger heraussticht als man denken würde wenn man bedenkt dass Arctos am Eisberg und Lavados am Vulkan ebenfalls wachen doch nichts wahrlich bewachen außer den Ort selber das ergibt natürlich Sinn aber denkst du dass Zapdos uns durchlassen wird er soll ja eher temperamentvoll sein und jetzt weißt du auch weshalb wenn du dir seine Aufgabe anschaust aber sei dir sicher mein Junge er wird wissen euch passieren zu lassen er weiß wer du bist und würde sich nicht weigern meinen Schüler passieren zu lassen die Wanderung hatte inzwischen begonnen das Ende des Canyons war schon lange hinter gelassen aber das Gespräch war noch nicht am Ende angekommen bin ich das überhaupt noch schließlich werde ich ab hier wohl nicht mehr weiter ausgebildet und abgeschlossen habe ich die Ausbildung auch nicht trotzdem würde ich es nicht als einen Abbruch bezeichnen sondern als eine Pause dein Schicksal liegt woanders und ich bin überzeugt es ist weit größer als die Existenz eines überdurchschnittlich schlauen Monsters auf einem Eisberg friert aber wenn diese Reise irgendwann endet und du anschließend überhaupt noch den Wunsch nach Rückkehr verspürst dann würde ich mich freuen dich wieder zu sehen und deine Ausbildung beenden zu können davon könnte mich höchstens der Tod abhalten kurzweckte wohl Noda betrübt als Gedanken ihre Schritte zu treiben schienen sage so etwas nicht zwar kenne ich nicht das völligste Ausmaß der Lage doch wenn Omegon selbst versucht den Fortschritt dieser beiden zu behindern du wirst mit auf eine Reise gehen welche leicht ohne Rückkehr enden könnte nicht nur für euch sondern auch für die Pokémon unserer ganzen Welt Jahrhunderter Welten faktisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit wohl groß dass dies unser letztes Gespräch wird wir uns hier nach nie wieder sehen werden und doch wozu auf verschwindende Chancen blicken solange immer noch ein Funken verbleibt Flamme soll euch beide kenne ich leider nicht genug um etwas über euch zu sagen ohne dass es heuchlerisch wäre aber ab soll ich würde dir diese Mission nicht aufbürden wenn ich nicht der Meinung wäre dass es niemand schafft wenn nicht du die Nacht brach langsam an doch an Ruhe war nun nicht zu denken eher im Gegenteil gerade für wohl Nona die noch einen weiten Weg vor sich hatte noch einmal weiter dadurch dass sie sich letztlich entschieden hatte den Umweg zu gehen und die drei Reisenden zum Ziel dieser Welt zu begleiten unter anderem um sicher zu gehen dass es keinen Konflikt mit dem legendären Wächter gäbe da auch wohl Nona sich letztlich anscheinend nicht sicher genug war und so fanden sich alle vier schon bald wieder an der Spitze eines großen Berges inmitten von Sturmwolken Blitz und Donner allgegenwärtig um sie herum doch ohne sich um dies zu sorgen Zapdos hatte seine Präsenz bereits gezeigt doch gleichermaßen deutlich gemacht dass er eine Gruppe geleitet von der Weisen nicht davon abhalten würde den Kern der Welt zu erreichen also dann hier ist es wirklich soweit dort unten werdet ihr den Kern dieser Welt finden vermutlich mit Lunana sprechen insofern sie dies denn möchte dieser Tunnel ist ein Ort welchen selbst ich nicht betreten darf nicht ohne die dringendsten Gründe und einen solchen habe ich heute nicht ihr drei aber schon ja dann ist das ja ein Abschied ein temporärer während Absol offensichtlich versuchte einer Situation zu entgehen die ihm unangenehm werden könnte war die Weise anders gestrickt und ließ zu dass ihre Emotionen sich zeigten als Tränen ihre Augen füllten ich wusste schon seit 20 Jahren dass ich dich irgendwann gehen lassen müsste damit du die Fremde siehst und für die Pokémon kämpfen kannst manchmal habe ich daran gezweifelt ob ich nicht vielleicht zu paranoid war zu viel herein interpretiert habe allein da ich die Prophezeiung hörte als ich dich gerade erst aufgenommen hatte aber heute hier bin ich mir sicherer als je zuvor du musstest das Leid ertragen durch das du gingst da dein Schicksal dich nicht beim Eisberg halten konnte keine simple Rolle eines Wächters oder Weisen in sich sieht also geh da raus und mach was du am besten kannst den Zweiflern beweisen dass du es kannst ich weiß nicht ob du wirklich recht hast die Prophezeiung hat nie von mir gesprochen aber ich werde trotzdem mein Bestes geben und wenn es nur ist da ich sowieso nie die Chance auf ein normales Leben hätte bevor du gehst nur das Schicksal weiß ob wir uns je wiedersehen und sollte es sich entscheiden dass sich unsere Wege trennen ob nun Leben gehen oder du einen Ort findest den du ein wahres Heim nennen kannst ich bin stolz auf dich du bist ein Pokémon geworden auf das auch du selber stolz sein kannst denn du bist jemand der jemand anderes nie sein könnte nicht 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 einfach nur du und ich hoffe wirklich soviel du auch darunter gelitten hast wer du bist dass du auf dieser Reise wirklich findest wer du bist im Herzen dass nur er die Kraft hat das Schicksal selber zu bewegen Absol selber blickte zu Boden weg von seiner Lehrerin verweigern seine Gedanken zu zeigen bis er nach einem Moment wieder aufblickte sein Ausdruck neutral danke für alles ich bin sicher die Dinge die du mir gelehrt hast werden uns alle drei voranbringen und diese Reise zu einer machen in welcher wir siegen und anschließend kehre ich zurück als neues Mon als ganzes Mon Flamme und Soll warteten bereits weiter am Höhleneingang nicht plant den Abschied der beiden zu stören während diese noch einmal in Stille verfielen ein letzter Satz war es welcher noch fallen sollte als sich wohl Nona ihrem Schieler annäherte hör nicht auf das was sie alle sagen du bist besonders viel mehr als sie es je sein werden der Moment war gekommen ein seltsamer pulsierender Gegenstand schwebte am Ende des finsteren Tunnels und spendete der Umgebung Licht es war ein Gegenstand welcher fremd und mächtig schien gleichermaßen doch auch sehr bekannt zumindest für zwei der drei Anwesenden dies musste Lunalas Kern sein und auch eine Stimme welche ertönte bestätigte diese Vermutung willkommen ich warte schon seit einer Weile auf euch nun ehrlicherweise auch nur auf zwei von euch doch wenn ihr noch Begleitung sucht dann soll es so sein Flamme soll ab soll bevor ihr weiterreist ins Zentrum des Übels will ich euch gerne selber gegenüberstehen also bitte ich euch tretet ein ein leuchtendes Tor inmitten in unbekannte Ferne eröffnete sich direkt vor den dreien es gab keinen Grund für sie die Forderung des Weltengeistes abzulehnen somit traten sie hindurch jener Ort welchen sie erreichten wirkte ebenso fremd bekannt wie noch der Kern des Weltenbaumes es war eine weite Plattform mitten auf der Spitze eines Weltenbaumes und doch konnte Flamme in der Nähe jenen Weltenbaum sehen auf dessen Spitze sie letztes Mal gestanden hatten Willkommen ein Wesen schwebte an diesem Ort mächtig und finster eine Art Fledermaus doch erfüllt von der Kraft des Weltalles oder genauer der Kraft des Lunaren ich bin froh euch hier antreffen zu können ich habe vor gerade erst dass Omega und ein Krieger in meine Welt geschickt hat um euch zu stoppen doch ich sehe ihr habt die Kraft um mit solchen Hindernissen fertig zu werden nichts anderes würde ich erwarten von Kriegern ausgebildet im Forst und einem Schüler der Weisen wohl nur noch höchst selbst also warum wolltest du noch mit uns reden bevor wir weiter gehen ich wollte euch einfach kennenlernen und sehen was genau hinter euch steckt denn nun lasst mich ehrlich mit euch sein seit wir werden ganz verzweifeln ob ihr die richtige Wahl für diese Mission wart gleichfalls und Schein Fazit Sol schien aus der Bahn geworfen von der Reaktion seines Bruders genauso wie von Lunalas Aussage doch er sagte nichts dazu nein bis hierhin habt ihr eure Aufgabe aber erfüllt und das sehr gut doch ein nächster Schritt wird kein einfacher im Gegenteil jeder Ort an den ich euch gleich bringen werde ist der Weltenbaum des Sternenlichtes Omegons höchst eigenes Reich doch leider nicht die dortige Wurzelwelt denn alle Verbindungen zu dieser scheinen gekappt stattdessen werde ich euch in eine Welt bringen welche der Wurzelwelt sehr nahe ist und dadurch gefährlich selbst manche Dermonen welche damals im großen Krieg des ersten Menschen für Omega kämpften leben dort unter ihnen eine der mächtigsten Omegons eigene Nachfahren das Hoffnungspokémon und das einzige Elementare aller Weltenbäume Evie eine Begegnung mit ihr wäre fatal und vermutlich unumgänglich eure Aufgabe wird es sein ein Weg in die Wurzelwelt zu finden Allerdings ist gut möglich dass es gar keinen solchen gibt ist dies der Fall reist weiter verlasst den Weltenbaum des Sternenlichtes über einen Weltenkern im Wald in welchem Evie ihren Stamm führt Weltenkern ein seltener Verbindungspunkt zwischen einer nicht Wurzelwelt und einem anderen Weltenbaum Leider bringt seine Zerstörung nichts um Omegons zu schwächen ist für euch also nutzlos von dort reist ihr in den Weltenbaum des Sturmes dann und hier in der Schatten dort erfahrt ihr wie es weiter geht und wie sollen wir uns gegenüber Omegons Anhängern verhalten Ihr werdet es in der Situation selber herausfinden müssen doch leider befürchte ich es wird große Schlachten geben denn Omegons scheint sie über eure Ankunft informiert zu haben zumindest jene die einst für ihn kämpften werden wissen, dass Pokémon kann dir heim zerstören wollen ihr müsst es schaffen sie von eurem Recht zu überzeugen oder sie zu stürzen neutral blickte Flamme zu seinen beiden Begleitern welche mit einem Nicken erwiderten Na dann bring uns hin Nun gut ein riesiges Portal öffnete sich inmitten dieser Ebene dann wünsche ich euch viel Glück doch seid euch bewusst was jetzt beginnt wird einer eurer größten Herausforderungen seid bereit euch Legenden zu stellen die Weltengeister stürzen können Fortsetzung folgt in Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition sage der Flamme 3 Stolz des Sternenlichtes beginnend Herbst 2023 für 20wir ab 23 3 Untertitelung des ZDF, 2020